... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Come to the center call. Welcome to our DSGV-Sportwerk Series Nr. 6. Escher Cup, Mittagspause vorbei. Beide Spieler auf dem Court. Norman hat sich noch ein bisschen gedient, um den Muskelkater von heute Morgen rauszukriegen. Und darf jetzt gegen der Nr. 1 gesetzt Yannick Omlau antreten. Ja, Spieler quatschen noch ein bisschen während des Aufwärmen, was natürlich kein Problem ist. Olli quatscht hier noch ein bisschen mit Michael Gede, aber wird mich gleich hier, ja, unterstütze beim Kommentar. Das ist das erste Spiel für Yannick, der in der ersten Runden Freilos hatte. Guten Morgen, Olli. Olli ist aufgewacht. Jetzt auch wieder voll am Start. Norman mit einem Grinser auf dem Gesicht. Sieht sehr glücklich aus. Weiß nicht, wie das aussieht nach einem Satz gegen Yannick, aber das werden wir gleich sehen. Ja, die Nachfrage aus Bremen kam, ob Oliver Pettke bitte nochmal das Spiel von Norman kommentieren würde. Und wer sind wir, um da kein Ja zu zu sagen. Also, Olli, wieder herzlich willkommen hier. Danke dir, Albert. Ich glaube, du musst das noch wieder ein bisschen ranholen. Ich habe selten auf dem Pilotensitz gesessen. So, ja, schön, dass das wieder weitergeht. Wird natürlich eine harte Nuss für unser Bremer, also mittlerweile Hamburger Junge, aber Bremer Norman Junge. Ja, was ist dein, wie siehst du das? Ja, so wie du sagst, es wird sicherlich eine ganz harte Nuss für Norman gegen den Gewinner des vorherigen Turniers, Yannick. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, dass Norman ein Lächeln auf den Lippen hat, was für sein Spiel natürlich super gut ist. Einfach diese Lockerheit, Entspanntheit und er wird das Spiel genießen, sich voll reinhauen. Ja, und wahrscheinlich, weil er selber auch weiß, dass es hart wird, die eine oder andere Show wird er schon abziehen wahrscheinlich. Da ist er schon für bekannt, was die Zuschauer auch mögen. Aber es ist natürlich klar, dass gegen, ja, ich habe es vorher erwähnt, es ist natürlich schwierig für dich, um da Aussagen zu machen. Aber ich glaube, hinter Rafi, ja, ist Yannick im Moment doch, ja, man muss Valentin natürlich nicht vergessen, aber auf jeden Fall der zweite oder drittbeste Spieler, der gerade in Deutschland rumläuft. Und das ist natürlich gegen Norman, der nicht 100% profimäßig mit Squash beschäftigt ist, natürlich dann sehr schwierig. Ja, also wir haben ja vielleicht die Chance morgen, Yannick gegen Valentin zu sehen, wenn beide jetzt ihre nächste Runde gewinnen. Ja, es wäre für dich wahrscheinlich als Bundestrainer auch interessant. Das ist sicherlich interessant, weil ich bin auch ganz ehrlich, Valentin hat sich hier sehr häufig in Klasse performt, hat er hier. Ja, Yannick hat mich letztes Mal, das habe ich ja auch gesagt, im Tenierverlauf, wirklich beeindruckt von seiner Art und Weise. Und von daher, ja, würde das ein richtiger Kaffer werden, gar keine Frage. Aber vorher gilt es für beide natürlich erstmal die Hausaufgaben zu machen, seriös die Runden zu spielen. Und Yannick darf jetzt anfangen gegen Norman. Ja, und man muss auch nicht, ich habe es vorher auch erwähnt, die Siegquote von Norman bei 61%. Ich glaube, wenn du auf die World Tour guckst, auf die Top 100, gut, Top 20 ist eine andere Geschichte, aber es gibt nicht so viele, die so eine hohe Siegquote haben. Ja, das ist unfassbar. Ich habe vorher das Spiel gehabt, ich weiß gar nicht, wer es war heute, da hatten wir auch jemanden, Carsten, Carsten mit über 60%. Echt auch? Ja, ja, ja. Also das ist schon eine Topquote, das muss man da eigentlich sagen. Und von daher, ja, auch du sagtest eingangs, dass die Norm hier sicherlich den einen oder anderen lustigen Ballwechsel spielen wird und ein bisschen Show machen wird. Das macht er natürlich nicht, um irgendeinen Blödsinn zu machen, sondern es gilt ja auch ein bisschen da den Rhythmus vom Gegner zu brechen. Und sich innerlich dann trotzdem zu konzentrieren. Aber auch trotzdem ein bisschen Blödsinn machen wahrscheinlich, ne? Play will start in 15 seconds. Und Yannick muss dann halt einfach die Konzentration und den Fokus halten. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Ja. Ja, schön, dass auch jetzt mittlerweile läuft unser YouTube-Channel über PSA auch. Also jetzt haben auch Leute, die nicht über... Hier ist Asher Cup 2021. Man's Round 2. Match Norman Junge of Germany to serve. Yannick Omlo of Germany to receive. Best of 5 games. Bravo. Das hat unser Schiedsrichter Yanki Sabschi sehr schön gesagt. Ne, aber auch die Leute, die keinen Zugriff auf Sport Deutschland haben, können jetzt also über YouTube auch wieder reinschauen. Und ja, schön. Also wir hören auch gerne von euch, wenn ihr Fragen für uns habt oder nur ein lieber Grüß ausrichten wollt. Olli und ich sind sehr interaktiv und natürlich auch für die Heimfeier zu buchen. Ja, genau. Und es ist auch Kaffeezeit. Ja, da kann man ein bisschen zu Plätzchen oder Kuchen und Käffchen sicherlich die eine oder andere Frage beantworten. Yannick, ein schönen Lila. Ist das Lila? Ja, also laut Michi Gede seine Einstellung gute, ja. Rosa, sorry, Rosa meine ich natürlich. Okay. Ja, Yannick macht da im Prinzip weiter, wo er letztes Mal ausgehört hat, im Prinzip sein Volley-Spiel in den Vordergrund zu stellen, darüber den Gegner unter Druck zu setzen. Ja, klar ist, ist Yannick natürlich Vollprofi und Norman nicht, aber man muss Norman nicht unterschätzen, weil der Mann bringt natürlich unglaublich viel Erfahrung mit. Er hat natürlich mit dir zum Beispiel auch viele Jugendmeisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften mitgespielt, Bundesliga, PSA und so weiter. Er hat sogar, er ist ja sehr stolz drauf, er hat ein Spiel gegen Volley-Koll gespielt in Australien und das hat er gewonnen, damals. Ja, am Höhepunkt der Karriere muss man aufhören. Ja, hat er auch tatsächlich alles richtig gemacht. Ja, deswegen ist er natürlich sehr erfahren, also wenn Yannick so ein bisschen einschlief, schlafen würde und das Tempo runterbringt, dann muss man für Norman immer aufpassen. Ja, man hat eine deutsche Meisterschaft, ein oder zwei Sätze gegen Valentin herabgeholt, also ich meine, das macht er nicht ohne Grund, das sagt auch schon was aus. Ja, Norman hat eine super Qualität in seinem Grundspiel und das spielt er wunderbar runter, Yannick muss halt versuchen, das Tempo hochzuhalten, Norman zu bewegen, zu drehen und den Kord so groß wie möglich zu halten. Dann wird das Tempo zu hoch sein, aber schafft er es nicht, dann werden wir sehr interessante Ballwechsel sicherlich bekommen. Aber ich meine, wenn der Ballwechsel so lange geht, wie er jetzt gerade geht, auch wenn er jetzt tief geht, das ist natürlich hart für unser Junge. Das ist hart, aber solange das Tempo innerhalb des Ballwechsels nicht so hoch ist, sondern es relativ gut abzulaufen ist im Höhepunktbereich für Norman, dann ist es in Ordnung, aber sobald es dann nach vorne geht und mit Boost die Drehungen in der Hüfte, dann wird das Tempo zu schnell. 5-2. 5-2. Schöner Ballwechsel von Norman, aber zu weit von Yannick. Da kriege ich auch hier die Live-Infos von Sandra Pettke, die hält uns auf dem Laufen und der MSV Duisburg liegt schon wieder zurück. Also das Thema Fußball können wir dieses Wochenende komplett beiseite halten, glaube ich. Ist, glaube ich, besser. 3-6. Norman bleibt noch dran. 3-3. 3-6. 3-6, glaube ich sogar. Die Anzeige ist, glaube ich, still. Jetzt muss man den Zuschauern natürlich sagen, dass das ist anders. Unglaublich, wir quatschen über Blödsinn und trotzdem, dass wir das Spielsland noch. Unglaublich. Das ist Multitasking. Das sagen ja viele Männer können das gar nicht. Aber wenn es um Fußball und Skosch geht, dann kriegen wir schon hin, oder? Ja, klar. Traum. Handout. 7-3. Da sieht man die Qualität, die Norman spielt. Ja. Handout. 4-7. Man sieht auch, Yannick sieht relativ entspannt aus. Er geht natürlich hoch in Führung, weiß, dass er immer auf seine Ausdauer zurückgreifen kann. Und dann kann er sich auch den ein oder anderen Fehler erlauben. Hier ist Lerd. 5-7, reise Seite, bitte. Ich wollte gerade sagen, kein guter Aufschaltverwommen, der auch dann sofort bestraft wird von Yannick und dem Backshot. Der muss aber am nächsten Mal deutlich konzentrierter zur Sache gehen. Das ist gut, dass er früher Ballett gemacht hat, weil sonst wäre er da nicht mehr hingekommen wahrscheinlich. Ja, zum Glück kommt er wieder hoch. Ja, schade. Ja, schade. Norm war dran. Kurz, kurzzeitig. Und jetzt hat Yannick das Tempo wieder erhöht, ein bisschen früher in den Ball rein und bringt dann die ersten Satzbälle zum Satzgewinn. Ja, wieder sehr schön in der Bewegung vorne den Körper rein, eingestellt, beim Handgelenken schön lang eingespielt. Ja, er hat die Möglichkeiten und Fähigkeiten. Also es ist halt nur eine Frage, wie du sagst, wenn das Tempo zu hoch ist, dann kommt er nicht in die Position, um das machen zu können. Ja, der Satz für Yannick. Der zwischenzeitlich sicherlich mal eine etwas ruhigere Phase hatte in seinem Spiel, aber dann im richtigen Moment wieder das Tempo angezogen hat und Norman im Endeffekt in die Passivität gedrängt hat. Ja, und da muss man auch ehrlich sein. Ich meine, wir haben hier einen Berufssportler von der Bundeswehr gefördert, der spielt gegen einen Norman Junge, der ja nicht mehr voll trainiert. Ja, das ist natürlich kein, sage ich mal blöd gesagt, keine faire Begegnung. Also man kann sagen, was man will, aber Yannick ist es eigentlich verpflichtet, das Ding auch innerhalb von 20 Minuten nach Hause zu spielen. Könnte er sicherlich von seinen Möglichkeiten, aber also Yannick muss auch erstmal gewinnen. Er muss halt diesen nötigen Fokus, den er jetzt hier auch zeigt, letztendlich an den Tag legen, weil ansonsten ist es einfach gefährlich. Durch die Erfahrung, Norman kann immer ein Spiel auch über seinen Möglichkeiten spielen. Play will resume in 60 seconds. Ja. Oh, wir sind sogar am Bild gerade. Ja, wir sind da. Sandra Fettke, falls du uns hießt, hier sind wir. Ja, die Werbung, falls jemand Werbung schalten möchte, ihr seht, dass jede Satzpause blenden wir sie ein. Es gibt viele Zuschauer, also von daher meldet euch gerne bei Alex Korsch, bei mir, bei Oli, bei irgendjemand von uns. Und ja, wir bringen deine Werbung ein und können daraus vielleicht wieder das nächste Turnier machen, so wie wir diesmal auch gemacht haben. Esche Cup wird gesponsert durch Esche Schumann-Kommischau, ein Sponsor von unserer Bundesliga-Mannschaft, der gesagt hat, wenn wir das Bundesliga-Budget eh nicht komplett brauchen, diese Saison, dann kann man es auch für sowas verwenden. Und ja, das könnte natürlich ein guter Grund sein für auch andere Sponsoren, die sagen, ey, ich möchte euch oder den Squash-Sport allgemein unterstützen. Und ja, auch von meiner Seite einen herzlichen Dank dafür. Das gibt den Spielern eine Riesenmöglichkeit, die kann man gar nicht so hoch bewerten, wie wir es dann natürlich tun. Das ist eine unglaubliche Hilfe. So konnten wir jetzt über Monate lang den Fokus von den Spielern aufrecht erhalten. Und es gibt nichts Schlimmeres für den Athleten, keine Ziele zu haben. Und von daher vielen, vielen Dank dafür. Oh, gute Entscheidung, Janky. Ich bin stolz auf ihn. Ich bin echt stolz auf ihn, weil zweites Turnier, Norman ist durch, hätte spielen müssen. Und gut, dass Janky das wirklich so durchzieht. Also aus meiner Sicht richtige Entscheidung. Norman hätte einfach den gerade Stopp spielen müssen und den Punkt eintüten müssen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er den Ball angeben würde. Aber gut, dass er sich nicht beeinflussen lässt. Also von meiner Seite Lob an unser Schiedsrichter. Zeigt das ja auch den Spielern, was von ihnen verlangt wird. Das ist auch wichtig. Dass solche Entscheidungen dann halt hart bewertet werden. Zeigt der Schiedsrichter eine gewisse Linie, die er sehen möchte. Ja, aber man muss nicht unterschätzen, Janky ist jünger als den beiden Spielern. Also von daher, er hat weniger Erfahrung als beide Spieler im Squash. Und dann nehmen die Spieler sich wahrscheinlich doch nicht so ernsthaft, als wenn du da sitzen würdest. Und von daher finde ich es richtig cool, dass er seine Linie da durchzieht. Und ja, aus meiner Sicht auch eine richtige Linie. So, Norman wieder in der Führung. Man sieht hier, Janek, wie du sagst, darf die Konzentration nicht hängen lassen oder lockern, weil dann ist Norman sofort da. Down. Hand out. 3-0. Und jetzt versuch, Janek, den Ball zu jagen. Ja, das ist eine Festition, ne? Also muss er zwei, dreimal machen und dann hat er den Satz für sich sozusagen investiert und kann dann ernten, sozusagen. Ja, genau. Ich finde es witzig, bei Janek zu sehen. Ich habe vorher da nicht im Livestream, aber so drüber gesprochen, mit Rainer Müller, dass die Entwicklung von Spielern immer nicht, wie sagt man das auf Deutsch, nicht gleich läuft. Genau. Wie sagt man das? Ja, erstmal ist er nicht so zu... Vorhersehbar, ist nicht vorhersehbar und dann linear. Ja, ja. Und das ist immer so, manchmal stoßt man durch eine Decke und dann ist man plötzlich einen großen Schritt besser und dann dauert es wieder, keine Ahnung, ein halbes Jahr, was auch immer, bevor man wieder den Schritt macht. Und ich habe echt das Gefühl, wie du vorhin auch schon angedeutet hast, dass Janek vor dem letzten Turnier oder meinetwegen während des letzten Turniers wirklich, ja, für sich irgendwann durch eine Decke gebrochen ist und dadurch jetzt auf ein ganz anderes Level spielt, als vielleicht ein halbes Jahr zurück oder so. Man muss auch wirklich sagen, Janek ist dort sehr, sehr vorwürdig, was seine Einstellung zum Training angeht, zur eigenen Entwicklung auch, dass er da sehr professionell ist, an jeder Stellschraube versucht zu drehen, um einfach ein besserer Spieler zu sein. Und das, was du gesagt hast, diese Entwicklungspausen, nenne ich das einfach mal, die gehören einfach auch dazu. Es gibt Spieler, die gehen dann irgendwann kaputt, wenn sie, ich sage jetzt einfach mal, an Position 30 hängen bleiben in der Welt, weil sie vergessen haben, dass bis zur Position 30 hier auch ein langer, harter Weg erstmal war und für den nächsten Schritt halt einfach auch wieder Zeit benötigt wird. Und wir haben da sicherlich auch zwei Beispiele, mit Simon Rösner, der eine ganze Zeit lang auf 30 hängen geblieben ist oder um 30 hängen geblieben ist. Oder auch ein Raphael Kandrat, der lange um die 30, 35 gestanden ist und dann ein bisschen ins Zweifeln kam und dann bei dem British Open auf einmal sein Ding hatte, in dem ja einen riesen Schuss gemacht hat und auf einmal auf einem ganz anderen Niveau gespielt hat. Er ist ja kein anderer Spieler gewesen, sondern einfach, er konnte zu dem richtigen Zeitpunkt seine Leistung abrufen, und hatte sicherlich dann auch das nötige Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben. Und so ist halt eine Entwicklung. Die geht halt mal nach vorne und dann geht es auch mal wieder einen Schritt zurück. Und daran darf er nicht verzweifeln. Er macht schon selber die Entscheidung, das ist schon mal gut. 5-6. Jetzt kommt hier eine Frage von einem Zuschauer, Tom Kempke, der fragt, Frage aus dem Publikum, warum kommen bei Norman in jedem gesprochene Satz die Worte Maschinen und Tapete vor? Maschinen ist, glaube ich, für Norman so eine Andeutung, dass du ein cooler Typ bist. Das sagt er ungefähr zu jeder, er mag alle Menschen, er ist menschenfreudig, glaube ich. Aber das müsstest du ihm selber fragen. Und Tapete bedeutet, dass der Ball sehr nah an der Wand war. Warum er das Tapete nennt, das müsstest du ihm auch fragen. Aber das ist für ihn eine Andeutung, dass er oder sein Gegner ein perfekter Longline gespielt hat, der an die Wand geklebt war. Ja, genau. So kann man es umschreiben. Aber Tapete ist, glaube ich, ein Wort, das er für sich da erfunden hat. Ja, vielleicht ist es ein Bremer-Wort. Nee, ich glaube, die Bremer haben das auch noch nie gehört. Das ist wirklich, glaube ich, Norman sein eigenes Wort, was langsam von ein paar Jugendlichen hier auch übernommen worden ist. Da sind wir wieder in der Vorbildfunktion. Das war jetzt nicht so maschinenmäßig. Nee, nicht ganz, ne? Aber immerhin, ich meine, wir quatschen hier ruhig weiter, aber es steht jetzt 7,6. Norman ist gut dran geblieben. Ich bin gespannt, ob Yannick jetzt in dieser entscheidenden Phase des Satzes dann doch die Schraube andreht und ein bisschen Tempo erhöht und das durchzieht oder dass Norman dranbleiben kann. Da hatte ich jetzt persönlich das Gefühl, dass Norman gar nicht so heiß, so bissig war in diesem Ballwechsel, sondern ja, im Endeffekt nicht so richtig den Fokus drauf gelegt hatte, den Ballwechsel zu dominieren. Einfach einen Punkt machen wollte und das reicht halt nicht. Ja, ich glaube, Norman ist auch jemand, also so wie ich ihn kenne, jemand, der sich wirklich ins Spiel reinbeißen kann, wenn er weiß, ich könnte hier was holen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er mental gesehen wirklich das Gefühl hat, dass für ihn hier was zu holen ist. Und wenn er das hält, oder wenn er, wenn er, sag ich mal, Blut riecht, dann ist es, obwohl er nicht fit ist, hält er sehr, sehr lange durch. Aber solange man ihm die Hoffnung so ein bisschen wegnimmt, so wie Yannick gerade mit seinem Volley macht, dann, ja, dann macht er auch solche Fehler dann. Struktur Amlor. 10-7, Handout, 10-7, Gameball. 11-7, Gameball zu Amlor, Amlor leads to games to love. Ja, Amlor gut durchgezogen, ne? Von sechs beide aus, dann gesagt, jetzt kommt es zur Sache und hat es dann professionell durchgezogen. Ja, er hatte dann auch wirklich mehr Zug auf den eigenen Angriffspällen, die er meistens über den Volley gestartet hat. Und von daher hat er dann das Ganze deutlich besser im Griff bekommen wieder. Ja. So, ich sehe jetzt gerade deine Frau, die hier vorbeiläuft. Das Bäuchlein wächst ein bisschen. Ein bisschen, es ist schon, da kann man schon nicht mehr drum herum schauen. Also, um Fragen, ich sag mal, der hängt im Keim zu ersticken. Schwangerschaft ist es, ja? Ich hoffe ja, weil sonst habe ich ein Problem. Nee, also, sie ist schwanger natürlich und sie hat Stichtag 21. Juli. Also, es sind nur noch zwei Monate. Also, es ist ein richtiges Zeichen, dass der Bauch langsam doch ordentliche Maß anlimmt. Ja, genau, würde ich sagen. In zwei Monaten, ja? Ja, das ist echt... Ja, es ist gut, dass hier in Hamburg mal wieder ein paar neue Holländer dazukommen, weil alleine ist das doch schwierig, um dann hier das Ganze durchzuziehen. Ja, das sind 60 Sekunden. Siehst, wenn die Werbung jetzt geschaltet wird, kommen wir auch im Bild, ne? Das ist aufpassen. Ich wollte eigentlich gerade mein Sandwich abbeißen, aber habe es dann doch gelassen. Übrigens, die Brillen, die finde ich super. Die grünen Brillen, die muss ich mir auch manchmal besorgen. Ja, letztes Mal haben wir über die Schuhe von Tobias gesprochen. Da würde der Brille ganz gut dazu passen. Ja, lustig hier. Ich glaube, es ist lustig für die Zuschauer zu hören. Nele Gilles, die Belgierin, hat erste Runde verloren in Alguna. Das ist natürlich für sie sehr enttäuschend und hat gerade eine Nachricht von Nicole David gekriegt. Eine Legende im Squash-Bereich. Schön zu sehen, wie die Spieler und auch ehemalige Spieler sich gegenseitig unterstützen. Und das macht unser Sport auch, glaube ich, cooler, aber sehr außergewöhnlich, sage ich mal. Das ist natürlich lustig zu sehen, wie sogar die ehemalige Legende vom Spiel dann trotzdem die Jugend, sage ich mal, oder die jetzige Generation unterstützt. Ja, und verfolgt. Und das, was du sagst, das ist unsere Sportart. Es ist wirklich, das hört sich immer so blöd an, aber eine große Familie. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Unter Spielern und Trainern, da kann es auch durchaus mal vorkommen, dass man sich für den anderen mal einfach freut. Und weil einfach eine Top-Leistung gebracht worden ist. Dr. Omlau. Und am Abend geht man dann gemeinsam wieder essen, weil man sich verabredet hat oder so. Du wolltest Biertrinker sagen, aber das hast du dann doch gemerkt. Nein, ich ja sowieso nicht. Ich bin ja kein Biertrinker. Also von daher, nein, aber das ist ganz lustig. Ich habe dann irgendwann mal mit meiner Frau telefoniert, wie ich mit Simon und Raphael unterwegs war. Und wie ich dann gesagt habe, heute Abend gehen wir Essen mit Rami Aschur und dann Al Tamimi aus Katar ist mit dabei. Und dann sagt sie, das gibt es doch gar nicht. Doch, ich sage, das ist für uns letztendlich normal. Und das ist auch das Schöne an der ganzen Sache. Der Ehrgeiz muss da sein, keine Frage, gewinnen wollen sie alle. Aber ich glaube, das hilft unserer Sportart auch einfach. Ja, das macht die Community sehr stark, ne? Das sieht man im Jugendbereich auch, wenn dann hier ein German Junior Open ist oder dann die Jugendlichen kennen sich alle und schreiben vorher schon. Das ist natürlich lustig zu sehen, statt einfach blöd auf dem Turnier zu fahren, drei Spiele zu absolvieren und wieder nach Hause zu fahren. Du bringst ein sehr schöner Ballwechsel jetzt hier von Norm, der wie eine Mauer am Tee steht. Wenig arbeiten muss dafür. Und ich finde verdientermaßen auch diesen Ballwechsel gewinnt. Hand out. Janik hat es nicht geschafft, die Wand wegzudrücken. Schöner, Volleystopp. Ja, man, ich glaube, an den Schrei hört man schon, was ich gerade vorerwähnt habe, mit seinem Ehrgeiz. Er will gerne und, wenn er ehrlich ist, will er auch gerne hier Janik schlagen. Und mit so einem Schrei ist, ich glaube, teilweise schön. You should go to the ball and not into your opponent. The way was right beside him. No dishkasen. No lead. Decision was given. Ich habe die Entscheidung jetzt nicht so gut gesehen, aber auf jeden Fall, wenn das Junkie da durchzieht. War vielleicht ein bisschen eine harte Entscheidung. Also deswegen glaube ich, dass Norman auch da hinterher ist, weil er muss für jeden Punkt kämpfen gegen Janik. Und ja, von 4-1 oder 3-2 ist auch von der Hoffnung her eine Menge Unterschiede. Ja, so was ich meinte mit dem Schrei, da war, ich dachte teilweise ein bisschen Erfolgserlebnis drin, aber auch ein bisschen Frust von wegen, ich möchte gerne hier was auf die Reihe bringen, möchte einen Satz holen, möchte gewinnen und weiß, dass das sehr hart ist für mich. Das ist für uns, ich sage jetzt mal, alten Spieler, da zähle ich warum eigentlich gar nicht mit sie zu, aber grundsätzlich, man weiß ja, was man kann. Ja, und wenn dann der Körper auch nicht mehr kann, dann klar, sagt man von außen, das ist das Einfachste, was man auch an kann, kann es nämlich trainieren. Aber man ist ja in der Situation, das macht die Sache dann extrem hart und frustrierend auch manchmal. Ja, aber es ist, das finde ich auch wieder das Geile an Squashes, es ist ein sehr ehrlicher Sport, dass du das Ergebnis lügt, nie. Und wenn du deine Arbeit machst, dann, die wird immer ausbezahlt. Ich meine, ich habe früher immer gedacht, es gibt diese talentreiche Spieler, die ganz einfach nach oben kommen, aber bei jeder ist da unglaublich viel Arbeit und Fleiß dahinter, sonst mit das größte Talent der Welt würdest du noch nicht weit kommen. Genau, und klar, das kommt immer auf die Altersstufe an, wenn du viel Talent hast, wir können uns jetzt schon mal drüber unterhalten, was Talent ist, aber dann hilft das dir, bis zu einem gewissen Punkt zu kommen. Ja, aber am Ende des Tages machen alle ihren Job und wenn du als großes Talent deinen Job nicht ernst nimmst oder nicht ausreichend machst, dann nützt dir das Talent gar nichts. Also, und das ist das, was du sagst, das ist eine ehrliche Sportart. Ja, ich meine, bei Fußball, hast du elf gegen elf, kann man sich verstecken, kann man eine gute Schwalbe machen, mit 1-0 gewinnen, aber bei Squashes, du kannst höchstens einen Punkt herausfischen, sage ich mal, aber keine elf. Also, von daher, es ist schon schwierig. Ja, da ist ja Fußball tatsächlich einer der wenigen Sportarten, wo es so extrem ist, da kann eine Mannschaft 80% Ballbesitz haben, 20 Mal aufs Tor schießen, und die anderen kommen einmal vors Tor und schießen an das Tor und du hast das Spiel verloren. Aber so ist es dann halt einfach. Ja, jetzt kommt meine Frau hier und bringt Oli einen Kaffee, das ist unglaublich. Vielen Dank. Die Frau ist, äh, auch das noch, das ist ein schlechtes Zeichen, da reden wir nachher nochmal drüber. Ja, hier jetzt gerade ein Entscheidung. Ich habe das Gefühl, dass Janki, unser Schiedsrichter, auf jeden Fall nicht auf Normans Seite ist, weil da hat er, ja, Janik doch ein bisschen geholfen mit seinem Landball. Ja, aber Janik macht stur weiter und, ja, das ist auch gut zu sehen. Wenn jetzt die Werbung kommt, kannst du den Kaffee auch nochmal zeigen, ne? Das ist ein Traum. Ja, schöner Lob. Tempo rausgenommen, trotzdem aggressiv gewesen, der Lob. Hier sieht man doch, wie viel Norman Holt, ne? Ja. Man kann sagen, er ist nicht fit, aber man sieht, wie viel Bälle er zurückbringt. Dass es dann am Ende ein zu viel ist, das ist, ja, nichts, nicht unten, das kann man, kann man fast erwarten, weil, ja, Janik ein sehr guter Spieler ist. Aber so viele Bälle, die er zurückbringt, auch viele fitte Spieler würden die noch nicht mal zurückholen, weil die das Spiel nicht so gut lesen, wie er das kann. Ja, es ist auch deutlich zu sehen, dass er schon versucht, sehr variabel von vorne zu spielen. Er versucht immer wieder mit den, mit den... Stroke zu Junge. Ja, ich glaube, da konnte er nicht mehr dran vorbei. Ich habe es nicht gesehen, leider. Du warst zu langsam, Audi. Ich war zu langsam. Der Kaffee war nicht im Bild. Michael Gede lacht, aber er hat ein schlechter Job abgeliefert, weil der hätte unser Bild länger stehen lassen müssen. Das ist mein erster Kritikpunkt für Michael Gede. Auf hohem Niveau, ein Jammern. Aber wir schicken ihm das per Mail nochmal zu, das wird alles hier dokumentiert. Ja, das war ziemlich deutlich, dass er kein Letten hat. Handouts, 9-5. Schön, sehr schöner Ball. Da freut die Händel sich auch drüber. Das ist genau, was ich angekündigt habe. Und das macht natürlich auch Spaß. Auch bei unserer Bundesliga-Spiele hat er immer mal sein Tänzchen drauf. Und das bringt auch die Leute zum Zugucken, weil, ja, das macht auch Spaß. Es muss nicht immer verbessern und aggressiv sein. Man kann auch mal ein Lächeln reinbringen. Down. Norman hat Schmerze, siehendmann. 7-9. Aber zwei Punkte entfernt von dem Ausgleich. Und ich habe ihm schon auch bei Bundesliga-Spiele, hat er das dann noch eine Stunde durchgehalten, obwohl man dachte, der ist schon tot und begraben. Oder wie sagt man das? Ich weiß gar nicht, ob ich das immer mal erzählt habe. Aber ich hatte, ich glaube, das war bei der Weltmeisterschaft 2007. 2008, glaube ich, in Zürich, in der Weltmeisterschaft. Da hat er, ich glaube, in der ersten Runde gegen Danish-Aklastan aus Pakistan gespielt. Das war für mich der längste, der längste erste Satz, den ich jemals im Jugendbereich gesehen habe. An die 50 Minuten für den ersten Satz. Gut, die nächsten zwei Sätze waren dann ein bisschen schneller. Aber das war unfassbar für U19. Jetzt macht er seinen Spaß. 11-7, match to arm low, three games to low. Ja, wieder als Siebe. 11-6, 11-7, 11-7. Das ist eine gute Leistung von Norman. Also, wie gesagt, innerhalb von seinen Möglichkeiten, die er zurzeit hat, hat er es gut durchgezogen und Yannick ist da halt eine Nummer zu groß. Ja, und auch da wieder, Yannick hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Verdient gewonnen, keine Frage. Weil man muss auch erstmal diesen Fokus und diese Konzentration über diesen Zeitraum einfach halten. Immer mit der Gefahr, dass sicherlich Norman ein Spieler ist, der so ein Spiel auch noch drehen kann. Ja, klar. Er hält sich dann 23 Mal die Knie, weil er nicht mehr kann. Und trotzdem ist er dann da, wenn du ihm die Luft gibst. Also von daher Gratulation an Yannick. Und ja. Ja, Herbert macht die Scheibe nochmal sauber. Und wir machen dann gleich weiter, weil er den Rapp spielt. Ja. Jetzt ist die Frage, weißt du, gegen wen er spielt? Ich glaube, gegen Lennart Hinrichs. Nee, wir haben parallel gespielt. Ich weiß es auch nicht. Aber es wird bestimmt, wir können das doch sehen, Felix Göbel. Felix Göbel. Richtig. Rüstiges Spiel. Felix, der große Schwierigkeiten hatte, mit Max Plattenberg im Fünfte knapp gewonnen. Und der darf jetzt schauen, was für Karte er hat gegen Valentin Rapp. Also Oli trinkt jetzt in Ruhe seinen Kaffee. Ich esse mein Sandwich. Und dann sind wir eine kleine 10 Minuten wieder für euch da. Und dann ist es nicht besser. Und dann ist es nicht besser. Vielen Dank. 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 You need to start your warm up. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Time. Vielen Dank. And out. One. 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 er ist dran er ist dran 19 also ja vor allem ballen valentin hatte jetzt den ballwechsel eigentlich auch dominiert felix ganz gut hinten eigentlich die ecke reingenagelt aber 19 das ist ärgerlich zu spät am ball dabei war zu dicht an die seitenwand gekommen und dann der fehler aber interessanter erster satz auf jeden fall ja und felix sie wirkt jetzt nicht so als wenn er völlig ausgenockt wäre ja sehe ich auch so also ich finde hat sich gut bewegt man hat jetzt auch keine also er musste keinen ball gehen lassen er ist an es ja 911 ist jetzt kein kein großes polster dennoch natürlich relativ schnell der satz mit acht minuten denke dass der was valentin rap jetzt im nächsten satz die viel daran setzen wird die ballwechsel zu verlängern um felix körperlich unter druck zu setzen ja das muss sicherlich sein ziel sein oder die eine oder andere chance halt einfach schneller selber zu nutzen oder nutzen zu können um das tempo hoch zu halten um auch ich sag mal felix nach hinten zu drücken und dann schnell nach vorne zu spielen einfach um den weg zu lang zu machen ja man wird sehen was dabei rauskommt ich habe gerade schon mit bart in dem spiel da vorgesagt diese brillen die sie dann manchmal bekommen diese grünen ist schon ein traum oder ja aber ich finde es definitiv absolut eine aufwertung für unseren stream dass die werbung geschaltet werden kann und dass wir damit natürlich auch eine chance haben partner des sports hier eine plattform zu bieten es zeigt einfach dass hier michael gede und michael welte regelmäßig dran sind und den stream verbessern und optimieren immer professioneller werden ja das de facto so und man muss das ja im prinzip wirklich so sehen von der preisgeldkategorie gibt es noch viel luft nach oben und trotzdem haben wir so ein tolles produkt hier haben die beiden wirklich großartige leistung gebracht für unseren sport ja das macht er sehr gut dafür diese bälle die nicht optimalen winkel haben nicht so weit nach hinten kommen dann sofort zu attackieren runter zu drücken speziell über die vornseite da bestraft er schon von valentin das ein oder andere mal für nicht so eine gute qualität ja ja als lefty die vorhand die vorhand klebe ja klassisch hand out ja man sieht auch dass valentin versucht das spiel auf seiner vorhand zu halten das ist scheinbar schon realisiert ja dass die vorhand von felix göbel schon unangenehm sein kann er ist jetzt sehr augen sehr sehr offensichtlich dass er versucht ihn auf der rückgang seite zu beschäftigen hat er ein bisschen früh abgeschlossen da war er zu überzeugt von sich ja wobei der stopp wirklich gut war der war sehr gut sehr gut er muss jetzt auch er muss jetzt felix göbel muss jetzt natürlich aufpassen dass er dass die ballwechsel nicht zu lang werden und dass er regelmäßig vorbeikommt in dem vorherigen ballwechsel hat er kaum hat er es kaum geschafft hat an valentin vorbeizugehen und wenn du dann der ganze ballwechsel nur am auffischen bist dann kostet das wahnsinnig viel kraft ja der gut reguliert setzt valentin gut unter druck sehr schön weil eigentlich hat valentin die druckphase gut überbrückt bekommen war sofort präsent wieder am t aber toller volle stopp von felix natürlich hohes risiko gar keine frage aber hand out 6-3 unten die anzeige hat einen kleinen aussetzer wir sind jetzt bei 6-3 für valentin cleverer seitenwechsel der den brust erzwungen hat genau das wollte ich auch gerade sagen auch bei dem ersten ball von vorne wo valentin an den cross spielt auf die vorhandseite im endeffekt weil er gemerkt hat dass felix sicherlich wieder spekulieren wird da auch wieder das tempo ist jetzt zu hoch ja das merkt man jetzt die bälle nehmen etwas an qualität ab von felix und valentin kann noch mehr druck aufbauen 9 3 ja so sind wir auch schon bei 9 3 angekommen deutlich jetzt deutlich ja auch wie vermutet den ersten satz den er noch den er wirklich man kann fast sagen offen gestalten konnte und jetzt den 3 game ball im nächsten satz der der physische abbau dem hatten erstes spiel geschuldet vielleicht kann er sich noch mal regroupen und noch mal neu vor den game ball noch mal neu motivieren für den dritten aber ich denke der zweite ist jetzt in dem moment verloren offiziell sogar 2 games 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 Ja, bisher ein relativ kurzes Spiel auch. Und ja, auch deutlich für Valentin. Ich gehe davon aus, dass der dritte Satz nicht wesentlich länger dauern wird. Das denke ich auch. Ich glaube, dass Valentin die Zeit auf dem Kult jetzt auch wieder nutzen wird, ein bisschen reinzukommen. Vielleicht nimmt er ein bisschen das Tempo einfach raus, um noch mehr Kortzeit zu bekommen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber wenn er das Tempo durchzieht und sich wohlfühlt auf dem Kort, dann wird Felix nicht mehr viel entgegensetzen können. In dem dritten Satz, in der nächsten Runde würde der Sieger aus Billy Wingelsdorf gelegen Jan Wipper führt, die jetzt gerade parallel auf Kort 4 spielen, warten. Ich denke, aus Valentins Sicht auch eine gute Aufgabe. Wir wissen jetzt leider nicht aktuell, wie dort der Spielstand ist. Ob Jan, der Jugendspieler, oben auf ist, das Ergebnis werden wir natürlich später im Tableau sehen. Für Valentin natürlich jetzt hier keine physisch ausgefahrende Aufgabe an der Stelle. Das heißt, er wird mit vollen Körnern und vollen Reserven ins zweite Spiel gehen, je nachdem, wie die beiden anderen Jungs, wie dieses Aufeinandertreffen sich gestaltet. Kann Valentin natürlich davon durchaus profitieren, dass die beiden sich ein hartes Match geliefert haben. Schöne Tiefe im Ball von Felix. Wieder die Vorhand, die aus dem Halbfeld zum Punktgewinn führt. Das spielt ja wirklich gut, weil er sofort Zug auf den Ball hat, kann den Körper gut hinter den Ball reinbringen und von oben wirklich Druck auf den Ball ausüben. Hat dabei dann eigentlich immer eine sehr gute Qualität auch. Das heißt, der Ball, der bewegt sich zur Wand hin, was den Kort natürlich immer ein bisschen breiter macht. Und vor allem dieses Tief nach unten ziehen, das macht er sehr gut. Ja, sehr gut. Schöne Variation jetzt gespielt. Nicht den geraden Ball gewählt, sondern den Ball in die Seitenwand gespielt und zum Boast umfunktioniert. Ja, interessanter Spielstand, 4-1. Ich dachte schon, eine Sekunde der Aufschlag wäre ausgewiesen. Ja, ich glaube, Valentin hat auch nochmal gerade nachgefragt. Und der kennt sich auch so mit dem Bälle, mit dem Aufschlag ausrauben. Zumindest in dem Spiel jetzt. Da war er zu viel. Hand out. Do, five. Ja, ich glaube, im Moment kommt der Spielverlauf Felix zugute. Die Ballwechsel sind nicht so lange, nicht körperlich so fordernd, wie Valentin das eigentlich machen könnte. Das ist auch der Grund, warum Felix noch im Spiel ist. Natürlich auch hier seine Erfahrungen früh spekuliert auf den Ball und sich die Seite ausgesucht. Aber insgesamt ist es noch nicht so hart, dass Felix hier einbrechen müsste. Also, das läuft natürlich auch so. Hand out. Three, six. Four, six. Der finns ja schon mal. Nummer. ��, fünf. Das ist ja schon mal. Dann Add x2. Dann, ihr seidrinnen besser, erraditioner. 5, 6 von der leften. Jetzt ist der Satz wieder offen. Konnte den kleinen Vorderlehner hatte nicht nutzen. Jetzt macht es sich wohl auch langsam die Kraft bemerkbar bei Felix. Hand out. 7, 6 Sehr schöner Return. Kann man öfter spielen? Kann man öfter spielen. Schön rausgeholt mit dem Topspin. Sehr gute Qualität. Ja, absolut. Hand out. 7 all. Out. Hand out. 8, 7 Interessanter Punkt. 9, 7 Wenn er den macht, Felix Löbel. 4, 6 10 interests rules lists. 4, 6 Also für mich sah er gut aus, wobei man wieder hier diesen... Hand out, ey toll. Ja, ich glaube, er war unten drunter, also dass er bei dem Eimer ausgestimmt ist. Schittrich hat es auch so gesehen. Ja, das ist natürlich suboptimal, würde ich jetzt mal sagen. Bei acht beide nach so einem Ballwechsel dann sofort versuchen, aufs Nick zu gehen und den Winner zu suchen. Aus dem Winner ist leider ein 8-9 geworden. Er bleibt im Spiel, auch schön gemacht. 10-8, Matchball from the left. Ja, wie du gesagt hast, ne, weil 7-8, wichtiger Punkt, jetzt ist es aus dem 9-7, im Endeffekt haben wir 10-8 für Valentin geworden. Wieder ein sehr, sehr guter Ball. Ja, dann kriegt er zu Recht den Applaus von Valentin. 10-10, Matchball. Schwieriger Ball. Schwer zu kontrollieren. Der Winkel vorne links variiert, den Winkel ganz breit gemacht. hat damit gerechnet, dass Felix Göbel auf den Cross-Court spekuliert, aber mit der Weite im Frost hat Felix nicht gerechnet. Und damit geht das Spiel an Valentin. Ja, so ein bisschen wie erwartet eigentlich, ne? Ja, vor allen Dingen der zweite Satz war deutlich und klar. Alle anderen beiden Sätze konnte Felix sehr offen gestalten. Vielleicht die Fehlerquote dann doch ein bisschen zu hoch, wo er dann Hop oder Top gespielt hat, was er klar machen muss, wenn der Körper nicht mehr ganz da ist. Da muss man auch schon mal schießen. Aber vielleicht einmal dann doch zu viel, Valentin zieht ungefähr in die nächste Runde ein und wir hören uns dann zum nächsten Spiel, besser gesagt, Bart wird meinen Platz jetzt erstmal einnehmen und Johannes, du wirst mit ihm das nächste Spiel machen. So ist es und dann hören wir uns gleich wieder. Genau, bis später. Beidein und Wasser. Okay? Okay. 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 Und dann werden wir. Vielen Dank. 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 So, wir warten immer noch auf die Steps. Ja, die kommt nicht mehr, glaube ich. Schade. Bestes 5 Gays. Jawohl. Neonleuchtende Trikot von Tobias Weggen. Aber ich glaube, da kann er die Konkurrenz mit Simon Wolt auf jeden Fall gut finden. Definitiv gehen, ja. Hand out. Jetzt zum Spielen. Simon, doch schon der erste Punkt für ihn. Immer schön, wenn du nicht als Favorit ins Spiel reingehst und dann doch schon schnell einen Punkt auf dem Bord zu haben. Gut für dein Selbstbewusstsein. Ja, guter Counterstop. Ja, ich denke, Tarek wird auch einige Beiwechsel brauchen, um wirklich auf Betriebstemperatur zu sein, auch mental im Umsatz anzukommen. Down. Ja, der leichte Fehler unterstützt hier meine These. 3-0, 2-0. Simon, gleich zwei Punkte für sich oder auf seiner Seite. Ja, wie du sagst, Tarek ist auch jemand, der macht seine Shots und seine Konzentration, die schwankt von sehr konzentriert nach weniger konzentriert. Und, ja, das muss Simon auf jeden Fall ausnutzen hier. 4-0. Ja, war ich eben doch richtig mit 4-0. Der Schiedsrichter war ein bisschen später dran. 4-0. Er ist natürlich ein Start, den man sich wünscht gegen einen Favoriten. Gibt Selbstbewusstsein, gibt Selbstvertrauen. Hand out. Ein bisschen unkonzentrierter Aufschlag, der sofort bestraft wird mit dem Krosnick. Ja, ich glaube, mit den ersten vier Punkten hat er auch Schärter aufgewacht. Ein Schärter weiß jetzt auch, okay, ich muss doch gleich vom Anfang dabei sein, weil 4-0 Rückstand ging sehr schnell. Ja. 3-4. 4-4. Falls ihr interessiert seid in, ich glaube gerade, ich gucke mal eben auf dem Korn, es sind schon dran, nein, Jan Wipperfurt spielt noch. Ja. 6-4. Und ich weiß jetzt nicht, wie es da steht, aber die sind schon ein bisschen länger unterwegs. Das stimmt. Ja, und als du dich noch umgedreht hast, führt Tarek Shehata, die Führung, die Führung besichert, zum 6-4. Einige Punkte in Folge gemacht. Ja, ich glaube, normalerweise müsste das Tempo und die Erfahrung von Shehata zu schnell und zu gut sein. Aber wie gesagt, Simon hat brutal den Start genommen, 4-0 geführt. Aber Shehata ist jetzt wach und versucht jetzt das Spiel zu diktieren. Es wird ganz schwierig für Simon, wenn er es nicht schafft, Tarek Shehata hinter sich zu bringen oder den Ball wirklich an der Seitenwand festzumachen. Sobald der Ball im Halbzelt ist, kann Tarek mit seinen Skills und mit seinen Möglichkeiten einfach Simon immer für schwierige Aufgaben stellen. Nein, Klasse Ball. Es sah fast mühelos aus. Weißt du zufällig, gegen wen dieser Gewinner, diese Partie, gegen wen der Spielmorgen? Nein. Ich habe den Tor jetzt, ich werde das mal raussuchen. 10-4, Game Ball. So schnell ging das, von 0-4 auf 10-4. Aber wie gesagt, das ist natürlich Shehata pur. 11-4, Game to Shehata. Shehata lebt. Er freut sich auch riesig, wie man sieht. Ja, ist für Simon natürlich extrem undankbar, dann wirklich so viele Punkte in Folge zu verlieren. Er wird hier jetzt einfach sein Spiel definitiv umstellen müssen, im zweiten Satz. Er darf Tarek Shehata einfach nicht die Möglichkeit geben, so viel mit dem Ball zu machen. Das heißt, er muss die Kost reduzieren. Er muss die Qualität an der Seitenwand erhöhen. Er muss nach Möglichkeit den Lob einsetzen, um an Tarek Shehata vorbeizukommen und ihn in den hinteren Teil des Korts zu drücken, um ihm einfach die Möglichkeit zu nehmen, seine Angriffe zu spielen. Wenn er das nicht schafft, dann wird das ein sehr, sehr kurzes Spiel. Ja, man sieht es auch im ersten Satz. Fünf Minuten ist jetzt nicht gerade lange für einen Herrensatz. Bei den Damen mittlerweile auch nicht mehr, aber bei einem Herrenspiel auf jeden Fall nicht. Und da ist, wie du sagst, Tarek natürlich der, ich sag mal, blöd gesagt, einer der schlimmste Gegner, den du haben kannst, weil der ganz schnell seine Punkte sammelt. 4-0 zurück, zwei Minuten später hat er 6-4 Vorsprung gehabt. Ja, warte mal. Das sind die elf Punkte in Folge, das ist natürlich... Nicht so gewollt. Das ist nicht so gewollt. Ich habe gerade das Droh nochmal dazu genommen. Der Sieger von dieser Partie spielt gegen... Ja, es gibt heute alle Probleme mit dem Internet. Nein, das Internet läuft super. Wir sind gerade im Bild, Johannes, siehst du? Ja. Immer wenn diese Werbung läuft, müssen wir aufpassen, was wir hier in diesen Kabinen... Was wir machen und sagen, so ist es. Ich habe das Traum mal dazu genommen. Carsten Schor spielt gerade gegen Finch Schuka auf Kort 4. Und der Sieger von... Spiel, gewinner von die Partie spielt gegen den Gewinner von dieser Partie. Und der Sieger von dieser Leid, ein Spiel zu lieben, der Ball. Und übrigens auch noch kurz für die Leute, die keinen Live-Score schauen. Und Willi Wingelsdorf hat sich durchgesetzt gegen Jan Wipperfurt. Und der spielt morgen im Viertelfinale gegen Valentin Rapp. Seid ihr wieder auf dem letzten Stand und können uns wieder auf dieses Spiel konzentrieren. Ja, da hatte Simon ein Glück, dass Tarek Schahata den Ball gespielt hat. Viele Spieler hätten sich an der Stelle den Punkt gesichert durch ein Lett. Nichtsdestotrotz ist Simon schon massiv unter Druck durch die Fähigkeiten von Tarek Schahata. Ja, der hat so ein lockeres Handgelenk. Das hat man auch gerade bei den letzten Ball gesehen. Noch schnell einen Flick rüber auf die Rückgangsseite. Dadurch ist das Spiel auch schwierig zu lesen und der feuert frei. Simon sieht schon fast ein bisschen frustriert aus, sogar zum Anfang des zweiten Satzes. Also er sieht ein bisschen ratlos aus. Aber Tarek schießt sich auch alle Dinge überall hin. Also von daher, es ist nicht ein Spiel, wo du sagst, da wird noch hinter aufgebaut. Klassische Strategie. Dann kommt man als Simon wollte auch noch besser in sein Spiel rein. Jetzt ist es wirklich feuerfrei. Und ja, das macht es für ihn auf jeden Fall nicht leichter, um irgendwie einen Rhythmus zu bekommen. Und ich denke auch, dass Tarek hier hat er alles tun wird, um diesen Rhythmus einfach gerade erst aufkommen zu lassen. Weil wie du schon sagtest, er hat viel zu tun auf der Arbeit. Er ist wahrscheinlich auch nicht optimal vorbereitet. Und dann wird er natürlich alles andere als lange Ball wechseln und ein langes Spiel haben, bevor er dann in sich anderen spielen. Also, das heißt, er wird genau diese Spielart beibehalten wollen. Ja, ich weiß auch, beim letzten Turnier hatte er, glaube ich, schon relativ früh im Turnier ein langes Spiel. Und dann schätze ich, dass er schon mit Muskelkater rumgegangen ist ins nächste Spiel. Und von daher, heute nur ein Spiel. Falls er es schafft, ist natürlich nicht schlecht. Gut vorbereitet, morgen dann zwei Spiele. Also, ich glaube, er freut sich darüber auf jeden Fall. Ja, Simon macht es ihm auch einfach einen Moment, ein Tick zu leicht. Seven, two. Zu oft der Ball im Halbfeld. Man sieht es an der Reaktion von Simon Wolter, der sich darüber ärgert, den Ball nicht so kontrollieren zu können, um Tarek Schartha die Optionen zu nehmen. Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, mit wem Simon zurzeit trainiert oder überhaupt trainieren darf. Aber Schartha ist natürlich auch eine gewisse Qualität. Ja, nicht jede Anlage hast du einen Spieler auf seinem Niveau, auf seinem Tempo. Und von daher, ja, da muss, ist auch nicht einfach sein erstes Bierseturnier. Also, das erste Mal, dass er vielleicht gegen so einen Junge hier spielt. Oder ein oder wenige Male, das macht die Sache nicht leichter. Eight, two. Nine, two. Die erste Zeichnung von Verletzungen sind schon da. Ich glaube, das sind eher seelische Schmerzen. Darek war auch nicht ganz schlau, kriegt den Ball auf den Schläger und spielt ihn eigentlich direkt wieder zurück. Hier sieht man das. Ja, wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, jetzt ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken für Simon. Oh, nein. Vielleicht mal mit dem Schwung der letzten Punkte ein bisschen positiver zu werden. Five, nine. Handout, ten, five. Gameball. Ja, da sind schon wieder fünf Setzbälle. Simon holt noch einen zurück, aber... Handout, six, ten, gameball. Ach, schwierig, die Qualität, wie du schon vor erwähnt, dass die Qualität nach hinten, die Grundqualität muss gegen ein Scherter einfach auf den Punkt sein, weil sonst, ja, kriegst du das Ding um die Ohren in welcher Ecke auch immer. Guck, Scherter wirkt ein bisschen lang halt, wenn er seinen Ball nach vorne geschossen hat, aber hat noch drei Versuche da. Ja, das wahrscheinlich wird einer davon passen. Simon wird alles dagegen, wird sich dagegen stemmen. Die Bälle halb hoch in die Mitte gehen oder der Ball macht es natürlich ganz schwierig. Ja, auf diesem Niveau kann man sich das nicht erlauben. Scherter hat eigentlich zwei Versuche, brauche er in der Regel nicht, um den Punkt zu machen. Von daher... So, ich habe noch eine Frage von einem Zuschauer gekriegt. Wann macht das Sportwerk wieder auf? Und schon mal Lob für das... Oh, Julius Bentin war zu heiß, um auf den Court zu gehen. Er muss noch kurz warten. Frage kam, wann das Sportwerk wieder aufmacht und Lob, dass das Restaurant so schön renoviert ist. Also Dankeschön dafür. Sportwerk wieder aufmache. Ja, wir warten auf der Bürgermeister Tschentsche. So wie ich das verstanden habe in den Nachrichten, jetzt gibt es wieder Außengastronomie und spätestens... Also wenn die Tendenz so weitergeht, spätestens 10 bis 14 Tage danach, darf man wieder Fitness und Sport treiben. Das heißt, wir hoffen mit Ende 1. Juni Woche, ich sage mal 6, 7. Juni, ich würde mich freuen, wenn wir dann wieder Squasher begrüßen dürfen. Aber das kann natürlich nur unter die Voraussetzung, dass die Inzidenz oder die Infektionszahlen so niedrig bleiben und... Ja, dass der Bürgermeister das dann auch übernimmt. Aber das ist unsere Voraussicht und da hoffen wir auch drauf, weil es hat jetzt eigentlich lange genug gedauert. Ich drücke euch da die Daumen, so wie ich allen Squash-Sendern in Deutschland die Daumen drücke, dass sie bald wieder öffnen dürfen. Je nach Bundesland sind sie ja teilweise schon offen oder haben gerade geöffnet, wie in Bayern. Das ist natürlich ganz schwierig für die Squash-Community, die einen Hobbyspieler können spielen, regelmäßig. Die anderen haben gar keine Chance zu spielen. Ja, ich hoffe, dass wir nicht viele Amateure verlieren dadurch, die dann die Lust, die was anderen Sportarten... ...gefunden haben, draußen vielleicht und gar nicht mehr zurück zum Squash-Comm. Ja, tatsächlich habe ich sogar eine andere Entwicklung erlebt. Also ich habe in Hessen gespielt vor einigen Wochen und Bekannte und Freunde, die in Hessen Squash-Spielen berichten davon, dass sehr viele Spieler kommen, die vorher noch nie Squash gespielt haben, weil die anderen Sportarten tatsächlich auch verboten waren. Aber in Hessen waren tatsächlich die Squash-Center auf und so waren viele Tennisspieler da, viele Fußballspieler. Und die hatten also eine positive Entwicklung, aber dort, wo die Zentral zu waren, ist natürlich keine Entwicklung. Und das seit Ende Oktober, ganz schwierig. Ja, wir müssen noch abwarten. Ich weiß, dass bei uns aus dem Jugendverein sind 1, 2, 3 abgesprochen. Noch mal gucken, wie geht das weiter, wenn wieder aufgemacht wird. Und hoffentlich kriegen wir ein paar extra Leute dazu, aber ja, das ist immer jetzt für uns auch ein Fragezeichen. Aber die Hauptsache ist erstmal, dass wir wieder aufmachen dürfen. Und dass es natürlich noch ein bisschen Regen gibt. Du, love. Weil wenn es dann Sonne gibt, dann gehen die Leute doch lieber aus. Das heißt, ein bisschen Regen können wir ruhig noch bekommen. Und den Sommer kann man dann noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ja, ich wollte es nur sagen, da drücke ich euch die Daumen, dass es genau so kommt. Aber Regen soll es dann doch nur bei euch im Norden. Das kann nur ganz, ganz lokal sein hier. Ja, mittlerweile Tarek schon wieder weitergemacht, wo er aufgehört hat. 3-0-Führung. Ja, keine Gnade da von seiner Seite. Und wie du schon erwähnt hast, er will auf jeden Fall das Spiel kurz und knackig machen. Ja, ich sehe auch, dass Simon sein Spiel auch gar nicht lesen kann. Das heißt, er weiß nicht, wo die Bälle hingehen. Und wenn er dann keine gute Qualität im Ball hat und Tarek kommt mit Zeit an den Ball, dann ist es für Simon extrem schwierig, die Richtung zu lesen und sich schon in der Richtung zu bewegen. Das, was eigentlich absolut notwendig ist als Quascher, seinen Gegner einzuschätzen und auch die Bälle einzuschätzen. Im Laufgespiel kann man mal machen. Ja, ein grandioser Ball, der man auch nur spielen kann, wenn man wirklich Talent hat. Ich weiß von Simon auch, er hat hier mal Liga gespielt und hat dann auch gesagt, dass er sich wirklich an den Glasscourt gewöhnen müsste. Ich will das jetzt nicht als Ausrede verwenden für diese wahrscheinlich Niederlage, aber ja, Tarek hat hier schon fünf Turniere gespielt oder vier oder fünf auf jeden Fall. Und ja, er war natürlich auch schon bei der PSC unterwegs, also kennt sich da natürlich auch noch ein Stück besser mit aus. Wie man sieht, Tarek ist auch, ich sag auch nur noch mit halbem Gas unterwegs. Ja, er führt sechs, zwei, sechs, drei jetzt. Es ist wenig Druck für ihn jetzt, also kann sein Ding einfach machen. Ja, wo Simon sich jetzt mit dem Handtok abwischen, noch ganz kurz liebe Grüße an Michael Gassens, der sich auch wieder freut, wenn er bald bei uns wieder squaschen kann. Wir begrüße Michael und ja, wir hoffen dich natürlich auch bald wieder hier im Center zu sehen und schön auf jeden Fall, dass du zuguckst. Ja, man muss das einfach auch mal auf den Punkt bringen und sagen, ja, nicht jeder Spieler spielt den klassischen englischen Stil, wie du anfangs sagtest, mit dem Spielaufbau. Es gibt auch die klassischen, die Spieler, die alles daran setzen, den Rhythmus zu zerstören und den Gegner gar nicht erst in seine Komfortzone kommen zu lassen. Und die auch von ihrer Technik her in der Lage sind, einfach das von vornherein zu verhindern. So ein Spieler ist klassisch, Tarek Schahatter. Eigentlich ein Albtraum, auch ein Portionsspieler. Ja, klar. Du kannst das Spiel kaum lesen. Er hat auch keine Angst, Fehler zu machen. Hör, macht er hier wieder eins, das interessiert ihn gar nicht. Das nächste Mal wird er den Ball wieder spielen. Und genau das macht es natürlich schwierig. Down. Six. Nine. Kleine Offensive von Simon noch. Der vierte, dass es zu spät ist, aber wer weiß. Tarek übt seinen Topspin auch noch mal kurz zwischendurch. Handout. Handout. Ten, six. Matchball. Das tut Simon doch ein bisschen weh. Ich habe das Gefühl, dass dieses unorthodoxe Spiel ihm doch wirklich... Ja, es ist auch sehr, sehr unangenehm. Für dieser fehlende Rhythmus, der tut wirklich Spielern weh. Handout. Seven, ten. Matchball. Jetzt nimmt er sich noch mal das Handtuch. Ich würde dich nehmen, ja. Ich glaube, noch mal... Mr. Shehata, not on the glass, please. Ja, sehr gut, Schiedsrichter. Hat die Hygieneregeln sehr gut beachtet. No. Seven, ten. Matchball. Ja, Simon hat da nicht aufgesteckt. Bin ich mal gespannt. Tarek macht einfach weiter mit seinem eigenen Spiel. Und wenn er es wirklich trifft, dann versucht er es einfach noch mal. Ich muss sagen, ich habe es immer bereut, wenn Tarek sich dann ein bisschen für seine Arbeitskarriere entschlossen hat, weil eigentlich ist er ein geiler Spieler, ein unorthodoxer Spieler, der man, wie du sagst, ein bisschen ein besonderer Spieler, nicht ein ganz Standardspieler. Und ja, das ist natürlich schade, dass der jetzt nicht mehr Profimäß dabei ist, weil echt viele, auch echte Profis, haben echt Probleme mit ihm gehabt, wegen seiner Spielweise. Nein, zehn. Nein, zehn. Ein Matchball. Er holt noch ein bisschen auf. Wer weiß, wer weiß, was da noch geht. Ich glaube, er geht trotzdem wieder CrossCourt weg, aber soll er ruhig machen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, da habe ich dir recht. Wenn die Angabe nicht gut ist, ah, die war gut, zum Glück. Ich habe das Gefühl, dass Tarek jetzt doch sagt, dieser Satz muss jetzt zu Ende gehen. Also spielt ein bisschen konservativer. Ja, Simon trifft aber auch ein bisschen mehr die Länge. Die Bälle sind nicht mehr ganz so lose im Halbfeld, aber jetzt. Too little, too late. Muss er spektakulieren. Und wird von Tarek natürlich direkt bestraft. 11-4, 11-7, 11-9. Ja, ich meine, Simon hat seine Leistung gesteigert. Es war leider nicht genug gegen unser an vier gesetzter Ägypter. Aber immerhin, glaube ich, ein Sieg für Simon. Und jetzt dann, Nila, ich kann ja doch zurückschauen auf ein schöner Piercet-Debüt für ihn. Und ja, wir haben natürlich im 19. und 20. Juni in Hasberge wieder ein Closed Satellite. Also cool, dass da jetzt auch ein Turnier stattfindet und vielleicht, dass er da nochmal sein Glück probiert. Also für alle Profispieler, merkt euch mal vor Hasberge, 19. und 20. Juni wieder ein Closed Satellite. Wir machen kurz Pause und sind dann gleich um 5 Uhr wieder für euch da mit Julius Bentin gegen Henrik Fessing. Und dann gleich um 5 Uhr wieder für euch da mit Julius Bentin gegen Henrik Fessing. Und dann gleich um 5 Uhr wieder für euch da mit Julius Bentin gegen Henrik Fessing. Und dann gleich um 5 Uhr wieder für euch da mit Julius Bentin gegen Henrik Fessing. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Ja, das ist richtig. Ja. Ja, war so. Ich bin gespannt, wie er sich hier schlagen kann. Ja, das war so. 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 Ja, ganz interessant, wenn man so ein bisschen auch so intern plaudert und mit den Spielern und man halt über Rami, man halt über Rami auch schon spricht. Ja, das war so. 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 Die Nerven noch, fühle ich ein bisschen nervös. Ich glaube, Henrik hat natürlich schon ein Spiel hinter sich, aber Julius das erste Spiel des Turniers ist trotzdem immer ein bisschen wieder aufwachen, warm werden, im Turnier rein spielen, sag ich mal. Ja, und man muss bei Henrik aufpassen, wenn du so einen ersten Satz abgibst, dann weißt du die Zähne rein und dann ist es mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist für Julius Bentin aus Hamburger Sicht Sache. Erster Satz, einfach geschäftlich nach Hause bringen, die Hoffnung wegnehmen vom Gegner und danach kannst du dich dann vielleicht etwas mehr zurücklehnen, aber auf jeden Fall nicht zeige, dass es für ihn hier was zu holen gibt. Ja, ich sag mal, Julius muss es jetzt so ein bisschen, wie dieser Ballwechsel letztendlich gelaufen ist, zeigen, das Spiel gut strukturiert nach hinten spielen, harten Ballwechsel spielen und dann die Optionen, die er bekommt. Dann auch nutzen und gar nicht so kompliziert denken. Einfach denken, weil jede Minute, die er länger hier auf dem Chord steht, wird ihm. Ja, morgen dann erst, aber trotzdem. Man sieht ja auch, das sind schöne Punkte, aber man merkt, dass... Was haben wir jetzt? Ah, my apologies, Correction, Hand out. Nicht nur unser System stockt hier am Bildschirm, sondern auch weil Simon, der sich da einmal kurz beim Zählen vertragen hat, kann passieren. Nein, was ich sagen wollte, ist, er spielt dieser gewinnende Shot aus dem Brust, ist ein schöner Punkt für ihn, aber man sieht daraus, finde ich, auch ein bisschen, dass er beschäftigt ist mit Punkten erzielen, statt, wie du sagst, Julius Bentin ist technisch, hat sehr viel Qualität, kann wie, ich sag mal, Norman Junge, die Bälle schön tight an der Wand nach hinten spielen und dann das Spiel aufspielen. Und ich glaube, damit würde er in diesem Spiel weiterkommen, als diese Gelegenheitspunkte mit irgendwas Besonderes, das braucht er gar nicht. Schockt zu Bentin. Und dann kann man das Spiel auch, ich will nicht sagen entspannt, aber gezielt ruhig nach Hause bringen und das ist, glaube ich, auch der nächste Schritt, wenn man wirklich oben mitmischen will mit den anderen. Erstmal sorgen, dass das Grundspiel versorgt ist und dann kriegt Henrik auch nicht diese Chance. Von daraus so einen Shot zu spielen. Ich habe das vorher auch, ich weiß nicht, ob du neben mir saßt, aber gesagt, es ist natürlich auch schwierig, wenn du als, ich sag mal, jüngere Spieler, weil ganz alt sind die Meister noch nicht hier. Ohne Coach zu sein, ist nicht so schlimm, aber vor allem, wenn du dann nicht wirklich reinkommst und du kommst raus und du hast eigentlich keine Ahnung, was soll ich ändern, dann ist es halt schön, wenn du dann noch jemand hast, der sagt, entspann dich. Ja, das hat ja auch ein bisschen was mit, ich sag mal, diesem Werdegang zu tun als junger Athlet. Also damit spreche ich eigentlich die Jugendlichen an, die werden ja im Endeffekt von uns Verbänden, da spreche ich auch die Landesverbände an, im Prinzip wird all inclusive versorgt. Aber wichtig ist im Endeffekt auch trotzdem in dieser Phase den Athleten Freiraum zu lassen in den Spielen, dass er halt wirklich auch Stärken erkennt, Schwächen erkennt, so ein bisschen diese Selbstverantwortung für sein Spiel. Dass er alleine Entscheidungen treffen kann, treffen muss und auch dann für die Konsequenzen gerade stehen muss. Ja, aber vor allem dieses, ich sag mal, im Spiegel gucken und sagen, was hast du richtig gemacht, was hast du falsch gemacht. Das ist eine Fähigkeit, die man, glaube ich, die meisten jugendspieler beibringen muss, weil sie sonst rauskommen und eigentlich keinen Plan haben, von was sie da gerade gemacht haben. Kurz zurück zum Spiel. Ja, Füssing mit zwei Setzbälle. Klein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber mal schauen, ob Julius das noch drehen kann. Für mich wirkt Julius noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ist noch ein bisschen unsicher in den einzelnen Schlägen, auch selbst dieser Ball jetzt. Ja, sehr hoch angesetzt. Genau. Also war jetzt nicht das Zeichen, ich bin voll motiviert oder mit viel Selbstvertrauen gerade ausgestattet. Das darf man natürlich nicht machen. Aber das ist der schlechteste Zeitpunkt, einen Return ins Blech zu setzen. Gerade in der Phase, wo der Gegner einfach ein bisschen unsicher wirkt. Ja. Ja, das hilft Julius natürlich so ein bisschen in den Sattel rein. Und jetzt kommt auch ein bisschen mehr Tempo von Benteen, ein bisschen mehr Dominanz. Aber Hendrik lässt natürlich jetzt nicht locker, weil es ist natürlich eine riesen Chance, die er gerade hatte. Langer Ballwechsel. Beide wollen jetzt dieser Punkt auf jeden Fall nicht verlieren. Ich war gespannt, wie er letztendlich dieser Ballwechsel am besten verdaut. Das war ein sehr, sehr guter Ballwechsel von Julius, der den Court unglaublich variabel gespielt hat jetzt. Immer aber mit Zug auf den Ball keine Option für Henrik gelassen und dann auch verdient diesen Punkt gemacht. Sein erster Satzfall jetzt. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Aber das darf ich, und das sage ich aus Mentaltrainer-Sicht, das war glaube ich der Punkt, der sogar das ganze Spiel entscheiden wird. Aber das kann ich erst im Nachhinein bestätigen, ob das das ja nicht der Fall war. Down. Ich meine, hier sieht man das. Das ist eigentlich... Das ist ein bisschen Erleichterung bei Julius, ne? Das, was du gesagt hattest, das hilft natürlich jetzt dem Julius, den nächsten Satz auch wieder anzugehen. Ja, ich... Nicht gut gespielt, muss man sagen, aber gewonnen. Ja. Ja, und ich glaube auch, ich glaube für ihn ist die Position auch, ich weiß nicht, ob sie neu ist, aber noch nicht ganz bekannt, dass er als Favorit ins Spiel gehen kann. Und er kann eigentlich, blöd gesagt, nicht gewinnen. 3-0-Sieg für Bentin ist, was die meisten von uns erwarten, oder 3-1. Und von daher, mit dieser Rolle muss man auch erst mal klarkommen, wenn man langsam nicht mehr der Jugendliche ist, der die Älteren schlägt und wir da überrascht von sind, ne, auch wo er jetzt als Favorit reingeht. Und vor allem dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass du dich auf deinen Spielplan zurücklehnen kannst und einfach, ich sag mal, deinen Job machst und das Ergebnis wird dann da sein oder nicht da sein, statt beschäftigt zu sein mit das Spiel zu gewinnen. Ja, ich glaube, Julius, das ist jetzt natürlich auch... sehr gut gewesen, einfach einen Spielertyp zu haben, der ganz in Ruhe die Wand lang spielt, wo man Rhythmus bekommt, wo man selber dann irgendwann, ja, ich sag mal, die Chance hat, ins Spiel reinzukommen. Aber den hat er halt nicht bei Hendrik. Und deswegen ist es für ihn natürlich jetzt umso wichtiger, diesen Satz gewonnen zu haben. Ja, nicht unbedingt gut gespielt, nicht unbedingt dominant gespielt, aber gewonnen, das gibt Selbstvertrauen und jetzt kann er wieder von vorne bei 0-0 loslegen. Ja, das sagen wir immer beim Fußball, wenn du Spiele gewinnst, wenn du schlecht spielst, dann bist du auf Meisterschaftskurs, sag ich mal. Ja, genau. Wenn du die schlechten Spiele gewinnst, dann sieht es gut aus. Und das soll er auf jeden Fall mitnehmen aus dem ersten Satz und positiv rangehen. Und Hendrik hat das natürlich im Hinterkopf. Zwei Setzbälle gehabt, die Angabe dann sehr graus am Tiefkauen, sag ich mal. Und ja, das tut natürlich unheimlich weh. Ich muss noch einmal erwähnen, dass Ramya Schuh natürlich für uns Sportwerke in der Bundesliga gespielt hat vor ein paar Jahren und dass er da auch mit gegen Simon gespielt hat. Und da war er natürlich unglaublich stark und das kam noch von einem von unserer Zuschauer vorbei. Sollte ich noch mal kurz erwähnen. Jawohl. So, die Spieler sind schon wieder einsatzbereit, ging schnell. Ja, mal schauen, wie Hendrik jetzt darauf reagiert, auf diesen Satz, den er dann doch noch am Ende verloren hat. Jawohl. Und wie Julius jetzt, ob er sich ein bisschen auflockern kann und in sein Spiel reinkommen kann und Qualität auf den Kord legen kann. Two love. Was hältst du von die lange Hose, Olli? Ja, ich sag mal, wir waren im Januar, glaube ich, hier, wo es diesen Schneechaos gab. Da wäre es für mich jetzt persönlich angebracht gewesen. Ja, wir haben über Tobias seine Neonshirts gesprochen, ich denke, da muss ich dieses Thema auch kurz dazuholen. Ja, ist ungewöhnlich. Ich muss auch sagen, ich fand es vorher, ich bin heimlich, nicht niemand erzählen, aber kurz auf dem Kord gewesen, es war echt warm auf dem Kord. Ja, vielleicht ist Julius jetzt richtig heiß. Ich hoffe, er führte auf jeden Fall 3-0 schon im zweiten Satz. Also bis jetzt läuft das. Und das sieht man hier natürlich auch, das ist, was ich vorher eigentlich so ein bisschen andeuten wollte. Falls Henrik den ersten Satz geholt hätte, dann wäre er mit so einer anderen Einstellung hier reingegangen. Und jetzt schon 2-3, anforst er aus Julius ein bisschen entspannter, ein bisschen beruhiger, weil ja, hat den 1-0 Vorsprung in seinen Rücken. Ja, und dann sieht es ganz anders aus. So sieht man, dass auch Robotiker Fehler machen können. Gut, bei 4-0 muss man sich, glaube ich, auf sein Spiel konzentrieren und ja, ich sag mal, Julius macht da auch einen Fehler im Endeffekt, weil er nicht auf den Ball gegangen ist, den er eigentlich zum Stroke haben wollte, weil er so ein bisschen das Gefühl hatte, er will eigentlich nur den Ball vorher von Henrik doppelt gesehen zu haben. Und dann hat Simon dann vielleicht ein Stück weit, ja, also aus dem Auge betrachtet, dass es eigentlich nur ein Stroke dann dahinter war. Ja. Das ist das, was du, glaube ich, gerade auch erwähnt hast, ne? Das einfache Spiel, Longline nach hinten. Und vielmehr muss er mit seiner Qualität eigentlich jetzt nicht mehr machen als Profi, sag ich mal. In diesem Spiel auf jeden Fall. Ja, und du siehst jetzt auch tatsächlich, diese Bälle, die sitzen jetzt halt einfach, ne? Ja! Er kriegt jetzt von seinem Gegner auch gezeigt, dass der unzufrieden ist, dann weiß ich selber, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Hab den ersten Platz auch gewonnen, meine Schläge kommen jetzt ein bisschen präziser, ein bisschen genauer. Und jetzt, ja, läuft alles in meine Richtung. Ja. Da sieht man, dass die Targets, wie heißt das, die Ziele trefft er schon, ne? Und ich glaube, da soll die, da soll auf jeden Fall die, ja, seine Konzentration und sein Ziel sein, soll, wie sagen wir das? Sein müsste. Ja, sein Ziel sein müsste, die Ziele zu treffen auf dem Kord und dann würde, ja, das reicht. Also dann muss das ja auch keine Sorge mehr machen, über Punkte gewinnen oder Sätze gewinnen. Und ich finde, der Henrik hat da so ein bisschen den Kopf verloren, ne? Also die Dominanz, die Aggression. Ja, und wenn man jetzt mal aus dieser Einstellung sieht, da steht auch viel zu tief. Also sprich, bestimmt einen Meter zu weit hinter dem Tee. Ja. Das ist dann letztendlich, wenn es nach vorne geht, in die entscheidenden Situationen einfach zu weit. Ja. Auch wenn er jetzt dann mal trifft. Aber aufs ganze Spiel gesehen wird es dann zu wenig, ne? Zu dünn. Ja, das ist... Wie war dein Kaffee eigentlich, war gut? Ah, das war ein Traum. Ja? Ja, das... Ich musste das Herzchen irgendwann wegtrinken, ne? Ja, aber... Du bringst das immer wieder hoch, das Herzchen, ne? Aber ich habe sie schon geheiratet und ich habe sie schon geschwängert. Also von daher ist da nicht viel Zeit. Spielraum, ja. Ja, ich glaube nicht. Ja, war ungeblich nicht aus. Ja, fühlt sich ersehend. Ne, wir können es nicht sehen, ne? Und da glauben wir, Simon, natürlich. Sehr schön. Ja. Aber das ist diese Ruhe, die er jetzt hat in seinem Spiel. Ja. Es ist viel geduldiger geworden. Ja, dann wird es plötzlich viel einfacher, ne? Es ist keine komplizierte Sache mehr. Ich muss nichts Besonderes machen. Ich spiele mein Stiefel runter. Und gut ist. Und dann sieht es einfach aus. Aber, ja, das... Ja, wenn... Ja, wenn ich so sage, wenn es einfach aussieht, dann weiß man, dass da ein Profi am Start ist, sage ich mal. Genau. Wenn die Zuschauer sagen, ey, aber das kann ich doch auch, dann hat er das richtig gemacht. Ja, das ist halt einfach... Man hat es halt schon zigfach, zigtausendfach gespielt. Man muss es halt nur zum richtigen Zeitpunkt abrufen. Ja, und darum geht es ja. Ja. Ja, und Henrik hat den Faden verloren, ne? Das ist so, wie sagen wir das, so wie eine Waage, ne? Ja, wenn die etwas besser drauf, Henrik ein bisschen schlechter drauf und dann, ja, dann kann es schnell gehen. 9-2 mittlerweile schon. Julius, der natürlich in... Oh, das war... Ja, da kommen die Damenspiele gleich noch, ne? Da wollen wir nicht dran vorbei und ich glaube, Norman wird sich auch aufregen, wenn wir seinen Rückhandvolley Stopp nicht als Shot of the Day bewerten. Also, das hat er aber auch sofort nach dem Spiel gesagt, dass das wirklich ein super Ball war. Dann habe ich ihn erst mal gefragt, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber das war dann ihm egal. Hauptsache, dieser Ball, der passt ja. Ja, Julius hat jetzt die Ruhe. Ja, und Henrik hat man auch gesehen, hat schon eine Ecke, sich entschieden für eine Ecke und zum Glück war das der Richtige. 11-2, Game to Benteen. Ja, Benteen, der jetzt in Amerika studiert, für Trinity College spielt. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, dass er noch in eng Kontakt steht mit seinem Coach Assayante da. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Assayante live mitschaut, aber der wird bestimmt die Spiele zurückgucken und ihm dann auch seine Tipps geben, um da seine Entwicklung mitzusteuern, sage ich mal. Ja, hier sieht man das auch, ne? Erster Satz, 11 Minuten, jetzt etwas kürzer, aber wenn du die Punktezahl siehst, ist das natürlich eine klare Geschichte. Ja. Da muss Henrik sich etwas einfallen lassen, weil sonst, ja, kann es schnell vorbei sein jetzt. Ja, für Julius geht es jetzt darum, diese Spannung, also Körperspannung, die er hatte jetzt in dem zweiten Satz, auch wieder in den dritten Satz zu transportieren und nicht nachzulassen. Weil, ähm, der letzte Ballwechsel war jetzt locker, locker entspannt, ähm, locker und entspannt gespielt, aber er muss letztendlich jetzt dafür sorgen, sofort wieder, ähm, ja, on fire zu sein. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie Henrik jetzt den Turnaround wieder schafft und wie Julius auf den Court geht und versucht, im Prinzip sofort das Schneid. Ja, ich muss sagen, wie ich im ersten Satz bei diesen Punkten gesagt habe, ne, ich glaube, das war der entscheidende Punkt, also ich persönlich glaube, dass Julius jetzt, äh, sein Selbstbewusstsein gefunden hat, Henrik so ein bisschen enttäuscht ist und damit, ich glaube, das wird jetzt eine schnelle Sache, aber gut, das ist immer noch squash, aber man muss immer erst noch mal elf Punkte erzielen und ja, solange du das nicht geschafft hast, äh, ist alles noch offen. Roshan Barosch, der nächste Gegner für ein von den beiden, führt gerade elf, äh, zwei gegen Christoph Blum, also hat den ersten Satz in sechs Minuten nach Hause gebracht und ist auf dem Kurs, um sich in die Viertelfinals reinzuspielen. Ja, jetzt sieht man auch wieder lockere Körpersprache, konzentriert, ruhig, Ball weggelegt, ohne, ohne Schwierigkeiten, ohne Risiko, ganz sauber. Down, hand out. Eigentlich der richtige Ball gewesen, er hatte Henrik sich ausgeguckt und auch Henrik in die falsche Richtung geschickt, aber leider der Fehler bei dem Brust vorne. Ja, aber wir können das Tinn jetzt nicht noch niedriger machen, ne? Ja, für uns wäre es super. Wobei, dann wäre der Weg wahrscheinlich nach vorne noch länger, von daher habe ich da nichts gesagt. Macht es noch einen halben Meter höher. Nein, man muss es auch da tatsächlich sagen, ich habe ja wirklich noch auf der Tour gespielt, wohl mit dem hohen Kinn, das Spiel ist schon ein ganz anderes gewesen. Das, was man im Prinzip verfolgt hat, dass das Spiel schneller wird, aggressiver ist, das hat man schon geschafft. Klar, für Leute jetzt wie für mich, die lieber das Laufen gemacht haben, ist es dadurch extrem viel schwieriger geworden. Man musste sich da anpassen, aber ich denke, im Sinne des Sports war es die richtige Entscheidung, dort das Ganze zu machen. Und wenn man sich jetzt mal die Entwicklung des Damensport anschaut, dann muss ich sagen, war es natürlich in den ersten ein, zwei Jahren schon grenzwertig, weil die Spiele halt sehr, sehr kurz waren, auf absoluter Weltspitze gesehen. Aber was sich daraus entwickelt hat, ist einfach, ja, ich finde es Bombe für unsere Sportart. Das sind super interessante Scorespiele, super athletische Spieler geworden, kann nur gut für uns sein. Ja, man muss ehrlich sagen, ich weiß, dass, sag ich mal, vor, dass das Team runtergeschraubt wurde, würde, glaube ich, jede, also viele von den Spieler, die hier mitspielen, gegen die Nummer 1, 2, 3 der Welt gewinnen. Aber jetzt, heutzutage ist das Niveau, ich habe gesagt, deutlich gesteigert, dass, ich glaube, dass sehr viele, also ich würde jetzt nicht behaupten, die Profis, die, sag ich mal, die Top, oder 6 gesetzt hier, aber alles da drunter kann sich unglaublich schwer tun gegen die Top-Dammenspieler mittlerweile. Also das ist, wie du sagst, ja, große Klasse, dass das Spiel da auch sich weiterentwickelt hat. Und bei den Herren ist es natürlich auch über Heiter fahren gegangen, ne? Ich meine, jetzt haben die schon ein paar Turniere gemacht, wo sie nur drei, also zwei Gewinnsätze gemacht haben, weil die Spieler schon mittlerweile so schnell und fett geworden sind, dass das niedrige Tint auch schon wieder zu hoch ist eigentlich. Und, ja, schön zu sehen, dass der Sport sich entwickelt und die Professionalität sich immer steigert. Ja, dass die einfache Qualität, also was heißt einfach, aber dass die Qualität, die er jetzt da im Spiel bringt und 5-2 in Führung. Hand out, 3-5. Aus dem Unterarm, Longer gespielt. Ja, man sieht, der musste drei, vier Bälle spielen und sucht nach Öffnungen und Öffnungen und muss ganz schwer arbeiten oder viele Bälle spielen, um sich den Punkt zu erarbeiten. Wo der im ersten Satz noch öfter mit ein, drei Schlägen schon den Punkt geholt hat. Ja. Hand out, 6-3. Kein Lett und dann sind wir 6-3. 6-3. Julius ist gut auf dem Weg ins Viertelfinale. Man sieht auch, dass die, ich finde, wenn man Henrik vergleicht, erster Satz zu den anderen Sätzen, danach, seine Körpersprache ist auch nicht, wie man das von ihm gewohnt ist, glaube ich. Ich meine, er hat einen Löwe auf dem Rücken oder Tiger oder irgendwas. Ich glaube, das ist Löwe, glaube ich. Löwe, okay. Ja, ich würde es jetzt von hier sehen, sagen, das wäre ein Löwe, aber er kann auch ein Tiger sagen. Ich sehe, ich habe meine Brille nicht auf. Aber auf jeden Fall, wenn er gut spielt und Blut riecht, dann würde seine Körpersprache auch mehr in die Richtung gehen, als wo sie jetzt gerade ist. Ja, das zeigt jetzt diese Situation auch. Ich will jetzt nicht mit dir diskutieren, über welches Tier dann jetzt auf dem Rücken sein sollte, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, Julius hat alles im Griff jetzt. Ja, das ist locker und entspannt an die Bälle ran. Ja, das ist locker und entspannt an die Bälle ran. Ich glaube aber, dass er natürlich auch aufpassen muss, weil im Viertelfinale wird das Tempo auf jeden Fall höher sein, als er jetzt hierher spielt oder spielen kann. Aber mit Siebenspielbälle sieht es gut aus. Da legst du dich sogar aus dem Fenster, ne? Schon wieder. Und hast du auch recht gehabt. Ich habe recht gehabt. Schön, dass du es nochmal sehnst. Ja, es ist witzig, aber ich meine, das ist so eine kleine Feinheit, ne? Also ein, zwei Punkte im ersten Satz, die, man weiß natürlich nicht, wie es sonst ausgegangen wäre, aber wie die dann die Waage komplett in die andere Richtung schiebe. Das ist natürlich ja auch witzig und lustig zu sehen. Ja, und wenn man das jetzt so sieht und man weiß, vor ungefähr 16 Minuten, 17 Minuten Spielzeit hatte Henrik zwei Satzbälle und Julius wirkte komplett verunsichert und ein bisschen angespannt und jetzt 3-0 gewonnen. So schnell kann das gehen. Von daher, ja, Gratulation an Julius. Ja, und Herbert ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht. Ihr seht ihn wahrscheinlich nicht durch die, ja, die Spiele, die da als nächstes dran sind. Kim läuft ganz glücklich nach oben, weil ihr Freund gewonnen hat. Alle wieder glücklich hier im Center. Ja, wir sind gleich wieder da. Dann fangen die Damen an mit der ersten Runde, wie man sieht. Und dann haben wir erstmal Miley gegen Ella Galova. Ja, sie ist Französin, aber ich glaube, sie ist eigentlich Tschechin oder Slowakein? Nein, ich glaube, Slowakein. Vater heißt Peter Gal, also ich glaube, er ist Slowakein, aber sie wird auf jeden Fall für die französische Nationaljugend dann wahrscheinlich spielen. Ob sie dann auch die Staatsbürgerschaft dafür nehmen muss, weiß ich nicht, aber deswegen sieht man auch die französische Flagge so. Ja, das werden wir sehen in so 10, 12 Minuten. Also bleibt bei uns und ja, bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 3, 2 4, 2 Leider hängt wieder die Spielstandsanzeige. Eva Galois ist mit 4 zu 2 in Führung gegangen. Hier das 5 zu 2. Sie sagt, es macht zu viele Fehler. Ja, sie scheint auch die Nervösere zu sein, immer noch. Wir sind jetzt Mitte dritter Satz und sie scheint, obwohl sie die Routiniertere ist, wirklich schon oder immer noch nervös. So ein bisschen hilflos sieht das gerade aus, von der Reaktion her. Unzufrieden, hilflos. Ja, sie liegt jetzt im zweiten Satz in Folge 06 zurück. Da stellen sich natürlich einige Fragen. Die Zeit wird sie nicht mehr bekommen, die Fragen zu beantworten. Wir sehen es als sehr positiv an, dass junge Spielerinnen wie Ella Gallova jetzt wirklich nachkommen, mit Nachdruck nach aufkommen. Und wie gesagt, in Frankreich in ein Fördersystem aufgenommen werden und den Weg an die Spitze finden werden. Ja, und wir sind auch stolz darauf, dass wir sie hier einfach in Hamburg befüßen dürfen. Und auch mal sehen, was in unseren Nachbarländern passiert. Genau. Also das ist eigentlich das Superpositive, dass unsere Jugendlichen ja auch gleich durchstarten. Ähm. No let, lack of effort. 3-7. Durchstarten werden und man immer so ein bisschen auch diesen Vergleich dann jetzt so langsam wieder bekommt mit den anderen Ländern. Auch die Spieler untereinander mal sehen können, wo steht man. 8-3. Ähm, bislang hat man ja immer die gleichen Gesichter nur gesehen. Was schon sehr, sehr gut war, aber es wird auch mal in der Zeit nach der Pandemie geben, wo man wieder diesen internationalen Vergleich hat. Und das ist ja das, warum man ein Sportler ist. Ähm, man möchte nicht zum tausendsten Mal den gleichen Ball im Training spielen, sondern man möchte wissen, ob dieser Ball auch gut trainiert worden ist, den ich dann eingesetzt habe im Spiel. 10-3. Matchball. Ja, also Ella Galora hat das Tempo nicht verlangsamt. Die Kurzzeit scheint ihr nicht wichtig zu sein. Sie zieht hier bedingungslos durch. Wird das Spiel auch gewinnen, ob mit dem Ball oder mit dem nächsten. 11-3. Match to Galora. 3 games to love. 11-2. 11-2. 11-3. Ganz solide Vorstellung. Allerdings, ähm, bei der nächsten Gegnerin wird sie wahrscheinlich mehr von ihrer Qualität und von ihrer Physis brauchen. Absolut. Ja, wir beide sind am Ende des Tages angekommen mit dem, mit dem Kommentar. Bart wird gleich folgen, wird einen Special Guest begrüßen dürfen hier. Und, äh, ja, freut euch drauf. Die nächste Partie steht an. Ja, wir sind im Follow-up. Das heißt, es gibt keine Pausen mehr. Richtig. Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Und, äh, ja, freut euch auf das nächste Spiel. Das da ist Lea Iris Morizzi gegen Lucy Merler. Dann sagen wir bis morgen. Und, äh, habt noch spannende Spiele und interessante, ja, wie soll ich sagen, Kommentare von Bart und seinem Special Guest. Bis dahin. Ciao. Ja. Vielen Dank. 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 Ja. Okay. Vielen Dank. Ja. Soll ich noch eine Frage vorlesen? So lange die Mädels die drei Stunden warm spielen, dann machen wir ruhig weiter. Ja. Ob ich die Jugendturniere sehr vermisse? Ja. 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 Und ich freue mich auch schon wieder, wenn die Turniere wieder losgehen. Weil man braucht immer mal so einen Stand, wo man gerade steht. Ja. Und das hat man halt am meisten, wenn man gegen Mädchen aus anderen Ländern spielt. Deswegen freue ich mich, wenn es wieder losgeht. Ja. Ist weil da nicht so schwer. Weil wer wäre aus ihr Wanablaski meisten? Wer ist in Ihrer Altersklasse U15 das beste Mädel? Äh. Ich würde jetzt sagen Ona Blasco. Die kommt aus Spanien. Ja genau. Aber ich meine in Deutschland auch? Ja. Da… Da… Ja genau. 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 Okay. Cool, ja, die Mädels haben endlich aufgehört, warm zu spielen. Die machen sich jetzt fit. Falls noch coole Fragen vorbeikommen, die Leute müssen natürlich den Livestream anschauen, weil sonst macht das hier alles keinen Sinn. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, aber nicht über Instagram, dann besser einfach über WhatsApp oder wie auch immer. Wir sind gerne für euch da. Ja, Mädels, machen Sie sich gerade bereit und sind mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ja, die Lucy ist schon auf dem Chord und die will natürlich Rache für das letzte Spiel und sie ist auch die ältere Spielerin. Ja, Lucy ist jetzt 18 geworden im Januar und Lea ist 16. Miss Morisi, you're serving? Schiefreis Seng ist unser Schiedsrichter, höre ich schon. Und dann schauen wir, alle Damen-Spiele jetzt sind follow-on, das heißt, die Spiele müssen die nächsten Spieler gleich auf dem Chord und loslegen. Das war mal Stoppfehler, den beide nicht so mag. Genau dein Ball, zweimal Team. Ja, beide sind wahrscheinlich auch noch ein bisschen nervös, erster Satz. Und dann können auch mal der eine oder andere Ball schenken, ja. Ja, Lila werden. Ich habe auch noch eine witzige Frage bekommen an dich, Maia. Die Frage ist, wie viele Punkte würdest du Bart in einem Match gegen ihn schenken? Oh, ich habe dich noch nie spielen sehen. Aber wie viel würdest du schenken? Würdest du überhaupt Punkte schenken? Oder gar nicht? Wenn es 10-0 steht, dann ja. Aber dann schenkst du schon, du würdest mich nicht zu 0 werden. Aber das ist doch lieb von mir. Musst du auch sagen, ne? Sonst lasse ich die gar nicht mehr in Centrum hier rein. Ja, man sieht doch beide, ich habe das Gefühl, beide noch ein bisschen nervös sind zur Zeit. Will ich aber auch immer. Ja, ich meine, ich glaube, fast alle Spieler, ne? Und da sieht man viele Fehler von beiden Seiten. Fast alle Punkte, die jetzt auf dem Scoreboard sind, sind fast alle Fehler von den Gegnern gewesen. Und auch hier wieder. Ja. Ja, man sieht, dass abgesehen von den Fehlern, dass so ein Glass-Court doch was anderes ist. Und bis jetzt haben wir noch noch wenig lange Ballwechsel gesehen, auch weil... Auch die Lichtverhältnisse. Lichtverhältnisse. Ja, wenn der Ball hochkommt, sieht man ihn nicht so gut wie in einem anderen Court. Ja. 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 Sieht aber aus, ob du recht kriegst, ne? Aber nach dem ersten Satz kann man es noch nicht sagen. Nee, das stimmt. Aber die ersten Zeichen sind gut für dich. Oh. Hand out. Magst du das auch öfter? Dich selber auf dem Bein schlagen? Rainer Müller hat mir heute gesagt, dass es nicht gut ist. Aber sonst machst du es. Manchmal, aber nicht so oft. Hast du doch noch was gelernt von Rainer heute. Ja. Man lernt nicht oft was von ihm, aber ab und zu sagt er doch was Vernünftiges an. Hand out. 8, 6. 8, 6. Ja, Lea, bleib doch in Führung. Obwohl wir, ja, wie gesagt, viele Fehler von beiden Spielern sehen. Es zieht auch immer die, ja, die glücklichste, sag ich mal. Hand out. 7, 8. Aber die Lucy ist nicht weit weg. Ja, man sieht auch hier, das ist natürlich ein Bierset-Tin, ein Profitin, was 10 cm tiefer ist als ein normales Tin. Und klar, das wirst du bestimmt auch haben bei diesen jüngeren Spielern ist das schon hart. Wenn dann ein guter Stopp nach vorne kommt, dann ist es schon hart. Ich weiß jetzt nicht, wie unglaublich schnell du bist, aber diese beiden Mädels haben auf jeden Fall Probleme damit. Jetzt kriegst du ja recht. Natürlich, ich habe immer, also ich habe immer recht, außer zu Hause. Ja, aber ich hatte keine Einschätzung, wie die beiden trainieren konnten, deswegen konnte ich es echt schlecht sagen. Ja, ich auch, weil ich kenne sie nicht, aber ich habe trotzdem recht. Lucy holt sich dann doch den Satz, lag eigentlich die ganze Zeit zurück. Ja, und hat sich dann doch die letzten paar Punkte gegriffen. Wir werden das jetzt sehen. Der Olli kommt jetzt rein, der will nochmal gucken, wie seine Schülerin das hier macht gerade und beobachtet jetzt wie Maja. Ja, fünf Minuten erster Satz, nicht ganz lange, Maja. Hätte länger sein können. Ja, aber bei den Mädchen gehen die Sätze meistens nicht so lang. Nee, das stimmt. Das ist ein Problem mit der Internet-Konnexion. Merle. Ja, der Olli hat gerade was erzählt, was wir noch besprochen haben im letzten Spiel. Der Füssing hat keinen Löwe auf dem Rücken, der hat keinen Tiger auf dem Rücken, aber sein Wolf. Das heißt, die meisten Spieler, glaube ich, aus Spadaborn, die mit ihm trainieren, die haben alle einen Wolf auf dem Rücken. Und in sein eigenes Spiel ist der Wolf dann ein bisschen eingeschlafen, weil er hat ziemlich hoch verloren. Ja, 60 Sekunden noch bis zum nächsten Spiel. Nächster Satz. Wir haben, du hast gerade gesagt von den Lichtverhältnissen. Ja. Wir haben hier und ich schäme mich ein bisschen das zu sagen, wir haben hier von unserer Mannschafts- oder Vereinskollegen Sven Bär hat eine Firma die Leuchte verkauft, SG Leuchten und er hat uns eine nicht blendende Leuchte hat er uns geschenkt, die müssen wir immer noch anbauen und ja, das müssen wir immer noch machen und dann wäre die Lichtverhältnisse auch besser. Angeblich gibt es nicht blendende Leuchte und jetzt kommt der Olli schon wieder das falsch gemacht. Es ist doch kein Wolf. Er hat jetzt gefragt, es wäre ein Panther. Ein Panther. Man sieht, der Bundestrainer beschäftigt sich sehr mit wichtigen Themen. 1-0 für Lucy schon wieder. Ich glaube, jetzt cruft Lucy sich langsam ein. Ja, oh, Shot. War auch für ganz Volley. Aber willst du den gerade Stopp oder Cross? Gerade. und nicht so warm. Einfach reingefedert. Ja, ich hoffe, dass beide Spieler jetzt ein bisschen die Nerven weg sind, ein bisschen aufgelockert sind und jetzt wirklich ein gutes Spiel bringen können. Da konnte Lea nicht viel für machen, glaube ich. Sie ist ein bisschen sauer auf sich selbst, aber... So sagen sie sich nicht auf die Wade schlägt. Ein out to all. Ich habe das Gefühl, dass wir teilweise technische Probleme haben, aber da haben wir unser technisches Team dafür. Die werden das bestimmt zum Glück haben. Zwei beide. Ja, man sieht es wieder. Rückgangsstopp. Wieder Fehler. Wenn du da Trainer wärst, dann wüsstest du schon, was man trainieren müsste. Ja. Oder vielleicht auch vielleicht nicht sofort nach vorne gehen und vielleicht erst mal einen Ball mehr nach hinten zu spielen. Ja, das ist nicht so leicht. Manchmal will man einfach den Ballwechsel schnell zu Ende bringen und dann schnell nach vorne spielen. Ja, das ist natürlich ein schneller Punkt dann. Aber wenn du dann zwei, drei, vier tief haust, dann sind das teure Punkte. Ja. Das ist genau, was ich meine. Das war gar nicht so ein leichter Ball. Könnte man natürlich auch ein bisschen auf sicher nach hinten spielen oder meinetwegen ein bisschen höher setzen, statt gleich den Punkt zu verlieren. Aber jetzt werden die Ballwechsel schon länger. Das heißt, die Nervosität geht langsam weg. Ja, schön zu sehen, dass es langsam ein bisschen im Schwung kommt. Ja. Sind wir da bei vier, beide Gleichstand. Da war der Stopp jetzt richtig. Endlich mal. Mit wem trainierst du denn so, wenn du zu Hause bist? Das dürfte ich schon bei euch? Ja. Und mit wem spielst du dann? Mit verschiedenen. Also ich habe nicht nur einen Trainer, mit dem ich immer spiele. Aber auch andere Jugendliche, die wir vielleicht kennen? Ich spiele manchmal mit Mareike. Also mit Jugendlichen spiele ich nicht, weil es in Baden-Württemberg Lea ist ja gegangen. Das heißt, in Baden-Württemberg gibt es nicht mehr so Jugendliche, mit denen ich spielen kann. Deswegen spiele ich mit Mareike zum Beispiel. Mareike Omlor. Ja, klar. Ihr Bruder ist natürlich für die Leute, die zugucken und es nicht wissen, ihr Bruder ist natürlich Janik Omlor, der gerade noch als Erstgesetzter bei den Männern durchgeht. Und er ansonsten fiel mit Patrick. Welcher Patrick ist das? Patrick Gessler. Ah, Gessler. Ach, das ist Patrick Gessler. Okay. Ja, der wird bestimmt zugucken. Ja, ich habe ihm gesagt, dass ich kommentiere. Ah, da müsste er zugucken. Hand out. 6, 7. Ja, Patrick macht jetzt was ganz anderes, oder nicht? Was macht er jetzt? Ich schieße auf Facebook mal ab und zu was vorbeikommen. Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, was er macht. Irgendwas im Internet, glaube ich. Also er weiß nicht, wo du bist und du weißt nicht, was er macht. Wir haben noch ein paar Gespräche zu führen. Ja, ich glaube auch. Schott. 7 beide, ja. Jetzt wieder 8, 7. Ja, Führung für Lea. Mal schauen, ob sie den Ausgleich schaffen kann. Nein, 7. So wird das natürlich einfach. Lucy hat sich gerade auch auf die Bade geschlagen. Echt? Ja. Ich glaube, du müsstest gleich noch mal ein gutes Wort mit den beiden Sprechern dann. Mach nicht. Oh, Schott. Hand out. 8, 9. Ja, die Schott hat sie teilweise ganz gut drauf. Wenn sie die Fehler noch ein bisschen rausschleifen kann, so wie dieser, dann sieht es ganz gut aus. Aber zwei Setzbälle für Lea. Down. 11, 8. Game to Moriwi. One game all. Es kommt ja dann dem Ergebnis von letztem Mal schon nahe. Ich glaube, da stand es auch 1, 1. Ah ja? Ja. Ja, ich glaube, für die beide Spielerinnen wäre es natürlich, also wenn sie es wissen wollen, interessant zu wissen oder wenn sie zurückschauen, mal zu schauen, wie viele Fehler habe ich jetzt pro Satz gemacht da vorne. Und ich glaube, ich habe es auch nicht mitgezählt, aber ich glaube, beide würde überrascht sein, weil es sind doch schon, ich schätze so 4, 5 Fehler pro Satz. Ja. Das heißt natürlich, wenn der Gegner ein schlechter Ball spielt, klar willst du dann auch angreifen, aber vielleicht, ja, muss man da, wenn man die Fehler, ja, guck mal auf den Spielstand, 11, 8, rechne da mal 4, 10, 4 oder 5 Fehler runter, dann sieht es schon ganz anders aus. Aber gut, Gleichstand heißt, wir haben ein Spiel anhande und es ist keine klare, ja, klares Ding auf jeden Fall. Hast du noch Frage bekommen eigentlich? Äh, ja, ich habe noch ein paar. Aber auch gute, ne? Ja. Wir wollen unsere Zuschauer nicht verlieren. Wer meine Lieblingsspielerin ist? Also ich glaube, halt vom Squash allgemein, oder? Ja, bin ich mal gespannt, ja, klar. Also ich finde, Hanya Elhamamikud, die ist Nummer 6 der Welt, glaube ich jetzt, und die ist halt erst 20 oder 21. Die mag ich, weil sie spielt eigentlich ein sehr sauberes Squash und eigentlich auch so dieses Basics Squash ist eigentlich ein, ich mag das. Ja, und sie war, glaube ich, auch Jugendwellenmeisterin, 19, ja, British Junior Open gewonnen, glaube ich. Ja. Ja und auch super fit, weiß ich selber aus Erfahrung, weil ich mit Nele natürlich unterwegs bin teilweise. Also von daher auch jemand, die wirklich jetzt 6. Welt ist, aber sie wird wahrscheinlich auch schnell noch besser werden. Weil sie ja noch so jung ist und die vor ihr sind, die sind ja deutlich älter. Wenn die dann rauskommen, dann ist da, glaube ich, noch mehr Potenzial. Ja, es gibt da, ich weiß nicht, wer gibt es denn noch? Mein Noran Goha ist natürlich auch noch nicht so alt. Wir haben wir noch da oben. Null Sabini, auch noch nicht so alt. Nee. Ja gut, Camille Serm ist natürlich auch nicht alt, aber nicht mehr so jung. Also sie würde noch vielleicht, aber wenn sie sich weiterentwickelt so wie sie macht, dann hast du natürlich recht, dann kann sie gegen jeder gewinnen. Oh, unglaub. Ja. Bin ich mal gespannt, wer den dritten Satz gewinnt. Ich gehe von Lucy aus, weil das habe ich getippt. To me love. Lea fängt auf jeden Fall gut an. Hand out, one, two. Ich finde Lea hat echt gute Shots. Also sie kann den Ball nicht gut verwerten. Wenn sie nicht tief sind, dann ja. Deswegen sage ich, ich sage immer so eine Kalkulation, wie viele Bälle haust du ins Neck oder nicht tief, wie viele Bälle verwandest du in einen Punkt. und da soll auf jeden Fall eine positive Belang sein. Das war jetzt sehr gut gespielt von Lucy. Hand out, two, three. Ja, dann ist das erste Turnier, was für dich wahrscheinlich ansteht. Es sind hoffentlich dann die Deutsche Jugendmeisterschaft, oder nicht? Die sind im November. Ja, oder gibt es dazwischen noch irgendwas? Ich glaube, es gibt noch Damenranglisten, also von den Erwachsenen und Deutschenranglisten. Oh, two, ah, okay. Ja, vielleicht. Da spiele ich wahrscheinlich auch mit. Hast du da endlich mal wieder ein Ziel? Ja. Er war mit dem Rahmen getroffen, aber stört nichts. Ballwechsel geht weiter. Hand out, three, four. Ja, immer geht ein von beiden Führungen, aber die andere holt dann doch immer wieder auf. Also es ist wirklich so hin und her, hin und her. Und wie du sagst, es sieht so aus, als ob wir wieder ein langes Fünf-Satz-Match kriegen. Ja. Aber wir haben keine Ausgangssperre mehr in Hamburg, also es kann ruhig ein bisschen länger dauern. Schöner Ball. Sie verunschuldigt sich, also wahrscheinlich war es nicht hundert Prozent so gewollt, aber sie hat den schon ein paar Mal so gespielt, also von daher weiß ich jetzt nicht, ob sie sich dafür verunschuldigen muss. Ja, so wie ich gerade gesagt habe, 4-2 hat Lea geführt, jetzt führt Lucy mit 5-4, also hin und her. Ja, da ist noch nichts entschieden. Handout 5-All. Hier sehen wir den Review noch mal. 5-All. Schöner Lob. Es ist halt wichtig, auch mal die Geschwindigkeit rauszunehmen, um dann so ein Beispiel zu können. 6-5. Ja, man hört am Hintergrund die anderen Mädels, die sich schon aufwärmen auf dem Steinkort. 7-5. Jetzt steht 7-5 für Lucy. Mal gucken, ob sie den Satz gewinnen kann. Schöner Lob. Handout 6-7. 7-5. Ja, und das wieder den Ausgleich. Ja. Also gut, dass wir gar Geld gewettet haben, weil hier kann man wirklich, ich glaube, es ist echt schwer zu sagen, wer hier das Ding nach Hause bringt. Handout. Wieder gegen die Wade. Seitdem du das selber gemerkt hast, sieht man es immer öfter. Ja. Schöner Aufschlag. 9-7. 9-7. Wir können mal schauen, ob er 10-Liege-Stütze ... Kannst du dann gleich, wenn du über den... Wir sind in einem Zimmer. Ja. Ja, sieht ihr halt, der mit Lucy? Ja. Ja, dann kannst du da erst erzählen, dass sie sich selber nicht schlagen soll und dann kann sie da noch die Liege-Stütze machen und dann haben wir alles gleich wieder ausgeglichen. 9-1-0. Kommt der? Ja. Shot. Shot. Hattest du ein bisschen Glück gehabt, links Ende, aber gut verarbeitet und ein Satzball. Schön rausgespielt. Ja, auf jeden Fall. Satzball für Lucy. Boah, schöner Ball. 11-9. Game to Meller. Ja, der Boss, den spielen ziemlich viele so. Diesen Angriffs-Boss auch von hinten. Ja, und mit Angriffs-Boss, für die, die es nicht wissen, berührt nur zwei Wände, ne? Also kommt nicht wirklich ganz nach vorne, ist nicht als Verteidigung da, wie du sagst, als Angriff. Das heißt, bisschen nicht so doll auf die Wand gespielt und dann kommt er genau in der Mitte gegen die Frontwand und kommt dann zweimal auf, bis er die andere Seitewand berührt. Und ja, wie gesagt, der hat gerade sehr gut funktioniert. Ja, und so geht Lucy wieder in Führung. Ja. Ist noch irgendwas vorbeigekommen? Ich kann mal gucken, aber ich glaube, es gibt schon noch ein paar Fragen. Ich werde auch schon mal hier warten. Wir müssen auch mal, ich muss mein Instagram auch mal ein bisschen öfter belösen. Da hat jemand gefragt, ob ich nervös bin vor meinem ersten TV-Kommentar. War ich aber jetzt nicht mehr. Du musst mir mal zeigen, wie ich das jetzt hier mache. Dann machen wir auch mal. Ich muss das auch irgendwie machen. Warte, wir müssen das so machen. Wenn jetzt gleich ein Bild kommt, das wäre... Ist doch egal. Play will resume in 16 seconds. Und jetzt müsste... Mach du mal, dass die eine Frage stellen können, weil ich bin nicht so der... Ja, ich gucke noch mal eben auf die Punkte stand. Hier sieht man es auch, wie es hin und her gegangen ist. Zwei Punkte für die eine und so hier immer im Wechsel. Jetzt kannst du hier reinschreiben. Also zum Beispiel ask something oder so. Ja, da muss ich noch mal Gedanken drüber machen. Oder any questions oder so. Play will resume in 30 seconds. Any questions for us? Und dann schreibe ich noch dazu. Will be answered 15 seconds in the Livestream. Wir haben ja noch Zeit, um die Fragen zu beantworten. Und jetzt bin ich schon durch? Das reicht dann schon, ne? Ja, jetzt muss es einfach und dann unten auf... Zende. So, wir sind... Bin ich mal gespannt. Doch, wieder viel gelernt von dir heute. Jawohl. Ja, Satzpause haben wir rumgekriegt mit unserem Instagram. Man sieht Paul Wingesdorf vorne an der Scheibe, der... Schöner Ball. Ja, sehr schöner Ball. wo unser Hausfotografen Henning Angerer keine Zeit hat, weil der, ja, als Beruf, berufstätig ist, als Sportfotograf. Haben wir jetzt Paul gefragt. Der macht bestimmt nicht so schöne Bilder wie Henning, aber es ist cool, dass er dabei ist und das macht hier. Natürlich auch ehrenamtlich, wie wir alle. Die Bilder waren echt schön. Ja? Von den letzten Tagen, ja. Achso, ja, das war Henning dann. Ja, genau. Marco Paul, genau so einen guten Job macht. Ich glaube schon. Das hat nichts eingelernt am Beruf, also ich glaube nicht. Hand out. Oh, sie wollte. Jetzt hat sie ihr Zeh geschlagen. Aber gut, dann hat die Wadermatt-Pause ist auch nicht schlecht. Ja, Lucy wieder in kleiner Führung, aber wir wissen bis... Oh, das war schön. Das war ein kleiner Taxi. Ja. 3-1 wieder in kleiner Führung, aber wir wissen, dass das bis jetzt nichts bedeutet, also in den anderen Sätzen nicht viel zu bedeuten hat, weil es kann sich jederzeit drehen. Hand out. Two, three. Vielleicht, wenn du dann mal 15 bist und beim PwC-Turnier mitspielen darfst, weil man darf ja erst mit 15 eine PwC-Lizenz kriegen oder kaufen, dann kannst du das mal im Spiel oder vielleicht mal zeigen hier auf dem Glascore im Livestream, wie man dieser Rückhandvolle stopp spielen muss. Die übe ich da nochmal davor. Hand out. Four, three. Hand out for all. Jetzt musst du nur schauen, ob ich Frage kriege, weil ich habe keine Ahnung, ne? Jetzt muss man da so drauf. Ne, da müssen wir dann sagen. Wir haben noch eine Frage. Ja, wir haben eine Frage von Alex. Das ist Gottkolleg. Gottkolleg. Alex, liebe Grüße. Oh. Ja, das ist natürlich ein Profitunier, also da darf man solche Wörter nicht benutzen. Ja, Maya, die Frage von Alex, wie spielst du so gegen Lucy oder Lea? Hast du schon mal gegen den gespielt? Ich habe gegen beide schon mal gespielt, aber es ist halt schon lange her vor Lucy, äh, mit Lucy. Glaube ich zuletzt vor zwei Jahren. Ja. Und gegen Lea auch vor eineinhalb, zwei Jahren, das ist schon sehr lange her. Und wie ist es damals ausgegangen? Also gegen Lea immer so, manchmal hat sie gewonnen, manchmal ich. Und gegen Lucy habe ich letztes Mal verloren, als wir gespielt haben. Aber das letzte Mal, aber es ist lange her. Vor zwei Jahren, ja. Und wie würdest du dich jetzt einschätzen, wenn du jetzt spielen würdest? Ich kann es gar nicht einschätzen, wie ich mich mental schlage im Court, weil ich hatte ja jetzt lang kein Turnier mehr. Ja. Das müsste man dann einfach mal schauen, aber es geht ja bald wieder mit Damen und ich denke, dann kann ich bestimmt mal gegen die beiden spielen. Aber ich spiele da auch mit. Six, five. Ich denke mal. Hand out. Six all. Seven, six. Guckst du doch jetzt auch nebenbei noch die Spiele in Alguna? Ja. Ja. Hand out. Ich finde es cool, dass Rafi 3-0 gegen Lukas Sörm gewonnen hat. Ja, war gut, ne? Hatte ich nicht gedacht. Also nicht, dass er nicht gewinnen könnte, aber ich meine, dass er 3-0 gewinnen würde, wäre schon eine kleine Überraschung, kann man sagen. Also aus meiner Sicht. Ja. Ja, da sind wir wieder bei Siebe. Beide kommt zu den wichtigsten, wichtigen Punkten des Sätzes. Oh nein. Ja, und das... Eight. Solche Punkte ärgern einen dann immer, wenn man den Satz verliert. Ja, klar. Vor allem bei Siebe-Siebe gibst du deinem Gegner ein kleines Geschenk dann. Oh, und noch eins. Jetzt wird es eng. Für meinen Tipp ist es ganz gut eigentlich. Ja. Jetzt ein Fehler. Hand out. Eight. Nine. Acht, neun. Also der Spielstandanzeige stimmt nicht ganz. Also Lucy Merle führt noch jemanden. Neun, acht. Ich glaube, jetzt wird es aktualisiert. Spielball. Zwei Stück. Mal schauen, ob sie ihre Rache nehmen kann. Noch die letzte Niederlage gegen Lea, ob sie jetzt das Spiel für sich entscheiden kann. Jetzt muss man, äh, darf man nicht auf Risiko gehen, sondern muss eigentlich sicher nach hinten spielen. Das macht sie aber eigentlich sehr gut. Oh, da ist ein Punkt zurückgeholt. Bleibt noch ein Spielball übrig. Matchball. Das ist noch alles offen. Nine, ten. Matchball. Oh, zehn Beine. Ei, 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 ei. Tenone, ein Spieler muss mit zwei Punkten gewinnen. Jetzt wird es hier spannend. In dem Moment an den Ball nicht tief zu setzen, ist auch cool, natürlich. Die Ball bei dem Spielstand zu spielen, ist aber auch, will ich mich nicht trauen. Man kann wirklich echt nicht sagen, wer hier den Satz holt oder das Spiel holt. Es ist wirklich hoch. Da wird sie sich noch ein bisschen überärger. Sie wollen sich das Spiel nochmal anschauen. Kann sie den nochmal zurück schauen? Oh. Nach zwei. Nach zwei Spielwellen. Genau, nach zwei Spielwellen macht Lea doch den Ausgleich. Und bist du noch im Rennen? Mal schauen. Mein 3-1 wird es auf jeden Fall nicht mehr. Nein. Aber mal schauen. Vielleicht kann meine Lucy Merler noch gegen deine Lea gewinnen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, 13-11. Knappe Spiel. Knapper als den letzten Satz. Kann es nicht ausgehen. Ich sehe schon, dass mein Instagram nicht so popular ist wie deine, weil ich kriege bis jetzt noch eine Frage. Ich habe schon sehr viele Fragen bekommen. Ich habe auch noch eine Frage bekommen, aber die können wir gleich machen. dann mach du erst mal eine. Okay. Was ich cool an Squash finde. Das ist eine blöde Frage. Alles ist doch cool an Squash, oder nicht? Also... Ist das jemand, der Squash spielt? Patrick. Patrick. Er hat ein paar Fragen gestellt. Aber Patrick, du spielst doch selber auch Squash, dann weißt du doch, was da so gut heißt. Du musst noch mal ein gutes Wort über den Sprechen, ne? Mach ich. Noch irgendwas? Mit wem ich am liebsten trainiere. Also ich glaube, es ist so die Mischung, was mir halt Spaß macht, dass ich so ein bisschen Matchpraxis habe, ist gut. Dann natürlich das Pressure Feeling oder mit Patrick, das ist gut. Jetzt musst du auch mal Patrick sagen, ne? Ich meine, das ist eine Frage, muss ich ihm auch erwähnen. Ja, oder Techniktraining mit Patrick ist auch gut. Oder mit Manuel, die Handicap-Spiele, also, um halt so ins Tempo wieder reinzukommen, das ist auch gut. Also ich glaube, es macht die gesamte Summe aus, was so gut ist und effektiv ist. In die letzten 15 Sekunden können wir noch mal meine letzte Frage beantworten. Willi Wengelsdorf hat mir gefragt, was für Hairstyling-Produkte benutzt Bart? Gute Frage, Willi. Ich kann mir vorstellen, dass du eifersüchtig bist auf meine tolle Frisur. Ich habe im Moment wenig Hairstyling-Produkte, aber ich bin offen für alle Marke. Also wenn irgendwelche Vertreter von Marke zugucken, L'Oreal oder wie sie alle heißen, Nivea, ich bin gerne bereit. Wir können gerne ein Nivea Open machen, fände ich auch gut. Ja, dann könntest du vielleicht die Hairstyling-Produkte benutzen, weil du brauchst ja nicht wirklich. Aber gut, dass Willi mit dabei ist und ein paar Fragen stellt. Ne? Das war's. Ja, zurück zum Spiel. Jetzt 1-1. Oh, schöner Ball. Hand out. 2-1. 2-1. 3-1, Lucy in die Führung. Aber man kann es nicht sagen. Ne, man kann es gar nicht sagen. Ich habe hier noch eine Frage gekriegt. Bart, warum spielst du nicht mit? Für viele, die es nicht wissen, seit anderthalb Jahren mache ich viel Triathlon, weil ich schon 20 Jahre im Squash-Bereich bin. Triathlon? Ja. Cool. Ja, seit 20 Jahren schon Squash dabei bin, war das mir langsam ein bisschen langweilig und Corona zu Corona-Zeiten dürften wir nicht squashen. Ich wollte in August einen Ironman machen, so ein kompletter Triathlon. Ja. Das heißt, vier Kilometer schwimmen, 180 Fahrrad fahren und dann noch einen Marathon laufen. Die Kombination zu Squash ist nicht so ganz gut, weil da trainiert man genau das Gegenteil, sage ich mal. Ich vermisse schon Squash langsam schon ein bisschen, aber erst diese Triathlon hinter mir bringen und dann vielleicht wieder öfter auf dem Court. Oder wenn ich in unserer Bundesliga-Mannschaft gefragt werde, wenn wir in Juni in Bremen spielen dürfen, dann mache ich vielleicht noch mal einen Auftritt. Aber langsam gehen die Jugendlichen an mich vorbei und dann ist das auch gut so. Kurz zurück zum Spiel. 2-6. Der Punktestand hängt wieder. Ja, also 2-6. Lea holt gerade zwei Punkte zurück. 3-6. Und ja, damit bleibt es ein knappes Ding. 4-6. Ja, man dachte bei 5-1, das, ich hoffe, die Technik funktioniert noch. Ja, bei 5-1, dass der Lucy doch weit vorne war, aber innerhalb von wenigen Minuten ist es jetzt 4-6 und sieht es wieder aus, als ob alles offen ist. Ja, ein schlechter Wahl und dann kann der Gegner eben sehr viel machen und dann ist der andere wieder unter Druck. Oh, schade. 7-5. Handout. 7-5. Ja, ganz entspannt gesetzt. Ja, hat sie gut konzentriert, ruhig gemacht. Also nicht wild und wüsste, dass gut Sätze reicht. Muss nicht unbedingt ins Nix sein. Ja. 8-5. Ja, sie hat wieder ihre Führung zurückgefunden und mal schauen, ob sie das jetzt im Gegensatz... Ich glaube, letztes Mal, als sie gespielt haben, war es im fünften Satz 11-5 für Lea. Ah, okay. Dann ist er jetzt schon mal besser für Lucy. Ja. Aber ich glaube, mit Niederlage wäre sie trotzdem nicht ganz glücklich. 7-8-2. Einfache Fehler, würde ich sagen. 7-8. Beide wieder naheinander. Wirklich wenig zwischen den beiden. Ja. Jetzt kommt es halt auch auf den Kopf an, wenn die Nerven bewahren kann bei dem Punktestand. Ja, wenn du dann in 20 Sekunden drei Punkte verloren hast, dann hätte man vielleicht nicht den Stopp spielen müssen. Gut geholt von Lea. Oh, schön dabei. Ja, hat sie wirklich schön aufgesetzt und perfekt durchgeführt. Gut ausgespielt. Ja. Ja, ist einer der wenigen Punkte, wo wir sehen, dass jemand taktisch das gut ausgespielt hat. Oh. Oh. Von außen denkt man sich, immer so viel fehlt, wenn man dann selber im Chord steht. Dann ist es doch nicht so einfach. Ja. Oh. Oh. Noch zurückgeholt. Die beste Punkte zum Schluss. Wer kriegt den nächsten Matchball? 10-9 für Lucy. Also ihr dritter Spielball. Dritter Spielball. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie Nummer drei umsetzen kann. Ja. Oh. 11-9. Marsch to Merle. Three games to two. So, dann holt Lucy Merle ihr Revenge und gewinnt 3-2. 11-9. Ja. Dein Tipp hat gar nicht gehalten. Ich hoffe, dass du im nächsten Spiel vielleicht mehr Glück hast mit deinem Tipp. Ach, stimmt. Ja. Aber war, glaube ich, trotzdem ein gutes Spiel. Ja, muss man sagen. Ich glaube, beide haben natürlich noch Sachen, die sie üben können. Das ist klar. Aber ja, so ein knappes Spiel ist immer schön anzusehen. Wenn es über fünf Sätze geht, dann sieht es gut aus. Ganz kurze Pause. Wir haben gesagt, Follow on. Das heißt, das nächste Spiel fängt fast sofort an. Herbert macht nochmal ein paar Kleinigkeiten sauber da. Und dann haben wir für euch Laura Golding, ursprünglich Engländerin, aber lebend in Deutschland, also Deutscherin. Und gegen Katharina Tizzo war, die mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat und an vier Gesetze ist. Also, wir trinken einen Schluck und sind gleich wieder für euch da. 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 Und die Erde, das ist geht nicht im Christensen. und sind immer wieder for euch da. immer wieder für euch da. und sind gleich wieder für euch da. So, wir schalten schon wieder ein. Man sieht die Spieler noch nicht. Wir warten, also wenn der Schiedsrichter auf Startspiel oder Startvorbereitung drückt, dann kommen die Spieler im Bild. Es ist für uns gar nicht so schlimm. Man sieht hier die nächsten drei Spiele, die gleich anstehen. Das Spiel, was gerade kommt, haben wir schon angedeutet. Danach noch Anna-Carina Moreno-Kopp gegen die Niederländerin Naomi Noha. Und dann noch die Österreicher, Jacqueline Pecha. Und wir kriegen hier ein positives Log von Oliver Petke. Der Mann kann uns nicht mal in Ruhe lassen. Olli, komm rein, komm rein, Olli, kein Problem. Wir machen kurz Pause, weil der Olli will uns wieder was sagen. Olli, komm rein, Olli, kein Problem. So, der Olli hat eigentlich nichts Wichtiges gesagt. Eigentlich das Einzige, was er uns noch erwähnt hat, ist, dass er jetzt Pommes essen geht. Ey, du bist so fies. Gutes Beispiel, gutes Beispiel für seine Athlete hier, der Bundestrainer. Ja, hier Laura Golding. Gut, dass wir mal sehen, ihre Statistik, weil viele kennen sie nicht. Sie darf schon, doch, wenn eine mit einer 14-Jährigen neben mir, darf ich sagen, dass sie schon ein bisschen älter ist. Immer cool, dass sie beim Turnier dabei ist. Hintergrund des Folgen ist, erstens, es gibt natürlich wenig Turniere. Und zweitens, wir wollen immer ein Damenfeld auf die Beine stellen. Und das darfst du nur machen, wenn es minimal acht Spielerinnen gibt. Finde ich aber gut, dass sie dann da mitspielt. Ja, und jetzt bei diesem Turnier wäre es nicht notwendig, natürlich. Aber sie freut sich drüber und trainiert auch sehr fleißig mit Steve Moritz. Und das ist ihr Trainer jetzt nicht noch in Hamburg, weil man in Hamburg offiziell noch nicht squashen darf. Aber die reisen dann immer in Schleswig-Holstein und da machen die dann zusammen ihr Training. Ja, und dann hier die Katschi Tikova, Tizova, muss ich sagen, bevor ich wieder Ärger kriege. 22 Jahre jung, 50 Prozent gewinnt, Siegerquote, gar nicht so schlecht. Elf Spiele bis jetzt gespielt. Ja, sie war am Wochenende noch, letztes Wochenende noch unterwegs in Österreich, hat da Liga gespielt. Da ist der Spielbetrieb schon langsam wieder im Gange. Ja, und wir müssen ehrlich sagen, dieses Spiel brauche ich dich eigentlich nicht nach dem Tipp-Frage, oder? Ja, aber Katschi hat ja mehr Spielerfahrung und spielt auch schon länger, glaube ich. Ja, Katschi, Jugendranliste. Ja, um 19 war sie auch sehr erfolgreich. Ja, und Laura ist natürlich noch nicht so lange dabei. Und ja, jünger lernt man die Sportarten natürlich auch schneller, als wenn man älter ist. Also von daher, ja, das wird eine harte Nuss für Laura, aber sie freut sich auf jede Spielminute und freut sich, dass sie squashen darf. Also von daher super, dass sie dabei ist. Und ja, ich glaube, für sie ist es Sache, dass sie versuchen muss, so lange wie möglich auf dem Korb zu bleiben. Versuche, so viel wie möglich Punkte einzusammeln. Und vor allem, aber ich glaube, das ist für uns alle das Wichtigste, auf jeden Fall auch viel Spaß zu haben. Ja. Das vergesst man teilweise nochmal, wenn man solche, ich sage mal, wichtige Turniere oder Spiele spielt. Ja, Ehrgeiz ist wichtig, aber der Spaß darf auch nicht fehlen. Ich habe keine Frage mehr bekommen, also ich muss echt an meiner Social-Media-Präsenz arbeiten, weil es ist nicht gut. Aber es geht ja jetzt auch los. Es geht auch los, doch gut. Dann haben wir die Zeit wieder gut vollgequatscht und dann schauen wir mal, was die Mädels auf der Reihe kriegen. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen. Die beiden Mädels tragen jetzt ein weißes T-Shirt und ein schwarzer Rock und das normalerweise und bei größeren Turnieren ist das nicht erlaubt. Dann müssen die Spieler sich immer abstimmen, welches Trikot trägt. Also das Röckchen könnte sie noch die gleiche Farbe haben, aber auf jeden Fall, das Oberteil sollte eine unterschiedliche Farbe sein. Also normalerweise bei den Top-Profis, sage ich mal, würde normalerweise die Spieler das selber schon vor dem Spiel schon unter sich klären. Also wenn, ich sage mal, ein Paul Cole gegen Raphael Gandra spielt, dann treffen sie sich vorher kurz und sagen, ey, was trägst du heute? Und dann stimmen die sich ab. Wenn die das nicht machen, dann müsste der Schiedsrichter dann eingreifen und sagen, hey, Junge. Also normalerweise würde der Schiedsrichter dann eingreifen und sagen, einer von euch muss das T-Shirt wechseln. Wahrscheinlich, dass man sie auseinanderhalten kann, oder? Ja, genau. Und man sieht auch unter bei den Spielstands immer dann noch so eine Farbe angezeigt. Und für Leute, die die beiden Spielerinnen nicht kennen, ist es natürlich cooler, wenn du dann an die Farbe noch sehen kannst, wer wer ist. So, Kachi hat es eilig. Sie läuft zur Angabebereich und führt schon 2-0 Spielzeitstand. Hakt noch ein bisschen ab heute. Ein paar technische Probleme, aber ich hoffe, ihr genießt den Livestream mit unserem Kommentar trotzdem. Und die 3-0 Führung ist schon da. Sie holt die Welle ganz gut zurück. Ja, muss ich auch sagen. Man sieht es jetzt hier unter die beiden Namen. Es ist jetzt zwei weiße Balken. Das ist natürlich nicht, wie man es haben möchte. Ja, die Kachi ist jetzt als Profi unterwegs und so ein paar Monate voll dabei. Trainiert jetzt auch fast Vollzeit. Arbeitet noch nebenbei im Fitnesscenter. In München. Das ist ja auch mal Werbung macht für die Sportscenter, damit die jetzt, wo die Corona-Zeit langsam vorbei ist, wieder ein bisschen Geld verdienen können, weil die haben es nicht leicht gehabt. 6-0 auf dem Scoreboard. Es wird Zeit, dass Laura ihr erste Punkt eintütet. Ja, weil 0 fühlt sich nicht gut an. Nee, ich weiß auch nicht, ob Kachi das machen würde, aber vielleicht werden wir das gleiche sehen. Ja. Wenn man sieht, Kati spielt einfach Druck vor der Kante. Eigentlich, was wir bei dem letzten Spiel ein bisschen verpasst haben. Man muss natürlich nicht vergessen, Kati ist auch schon ein bisschen älter, ein bisschen stärker in den Ärmel. Ja, und bisher auch noch kein Fehler, also relativ safe Bälle. Ja, sie weiß auch, dass sie gegen Laura normalerweise gewinnt und ist dadurch vielleicht auch ein bisschen locker auf dem Court. Nein, love. Und ja, spielt das Ding einfach ruhig jetzt weiter. Ich hoffe, dass sie noch den ersten Punkt durch. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie den jetzt... Also jetzt kommt die Frage, die wir dir gestellt haben, wie viele Punkte würdest du mir schenken, die können wir jetzt gar nicht schenken. Ja, aber die Frage ist, wie soll sie ihr jetzt einen Punkt schenken, weil ein Aufschlagfehler ist halt offensichtlich und ist ja auch nicht immer... Na, macht man Teil, weil ich es kein Spieler, die das machen, die absichtlich die Angabe aushauen. Sehr gut. Hat sie doch ganz politisch gut geklärt, ne? Aber das ist zu druckvoll. Aber man muss... Ich muss ehrlich sagen, ich finde gar nicht, dass... Ich meine... Ich finde gar nicht, dass sie so schlecht spielt. Das ist halt gegen so eine starke Spielerin, der ihr ganzes Leben schon spielt und Profi ist. Ist das natürlich eine harte Nummer, aber sie hat hinterher noch viel rausgeholt, aber letztendlich ist den Druck dann doch echt hoch von Kaji. Ja. Sind bei dir noch Fragen eingetroffen? Ne, ich habe jetzt alle. Ich habe jetzt alle. Ah, das freut mich, weil ich habe mich schon schlecht gefühlt, dass ich nur so wenige bekommen habe. Ja, wir haben gleich... Welche Follower hast du denn? Erstmal gucken, wo ich das finden kann. Da, ganz recht. Ja, ne? 822. Ja, okay, ist ja fast gleich. Ja, ne? Ja. Boah, dann bin ich doch gar nicht so schlecht dabei. Siehst du, wenn die Werbung geschaltet wird, dann werden wir da ein Bild eingeblendet. Ja. Das heißt, dann darfst du ruhig auf dein Handy schauen müssen. Auf jeden Fall schauen, dass wir auf die Kamera gucken, dass wir gut ausschauen und grinsen. Ja. Play will resume. Ja, beide Spieler sind schon einsatzbereit. Haben noch ein bisschen Zeit. Ah, doch, ich habe noch ein paar Fragen bekommen. Ja, guck mal, ob ich dann noch die nächste Satzpause aufhebe. Äh, wie du möchtest. Du bist die Chefin, Special Guest heute im Haus. Sind nicht so lange, das heißt, dann heben wir uns die lieber für die Satzpause auf. Okay. Ja, hier vor unser Kommentarkästchen. Oh, schöner Punkt. Hand out. Sehr schöner Volley. Stopp hat sie den, die Angabe von Katsi hat sie abgegriffen und gleich vorne in die Ecke platziert und damit gleich am Anfang schon ihr Punkt geholt. Und das wird ihr bestimmt beruhiger, um den Satz jetzt in ganz Ruhe durchzuspielen. Ja. Ne, was ich sagen wollte hier, vor unserer Kommentarbox sitzt die Lea immer noch enttäuscht auf dem Boden. Die telefoniert gerade vielleicht mit Mama oder so, aber ganz glücklich sieht sie noch nicht aus. Sie grenzt zwar in meine Richtung, aber ganz glücklich ist sie noch nicht. Aber ist auch verständlich, wenn man so knapp verliert. Ist auch gut so, ne, man muss die Motivation wieder aufbringen, damit sie das nächste Mal Lucy wieder schlägt und hart ins Training geht jetzt. 4, 1. 4, 1, ja, Katsi macht weiter, wo sie aufgehört hat. Druckvoll nach hinten spielen und das macht sie ganz gut. Jetzt nochmal ein Lock zum Abwechseln. Alles richtig gemacht. 5, 1. Siehst du, dass Paul fast eingeschlafen ist da vorne, unser Fotograf? Oh, als ob er es gehört hat. Ja, jetzt sind wir aufgehört. Ja, morgen haben wir dann auch noch, morgen Abend kommt Lennart Jessen noch vorbei. Und er wird dann auch noch ein paar Bilder machen. Unser Pressemann von der DSGV kommt zu den Halbfinale-Spiele und versorgt dann auch noch ein paar coole Bilder, die ihr dann gleich wieder auf Facebook und WhatsApp und weiterhin verwendet. Instagram. Und out. 6, 2. Na, beide Spieler, wir grenzen auf den Kord, also Spaß haben sie beide. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Schön, ich habe auch wieder eine Frage bekommen. Sehr gut. Aber ich hebe sie auch auf, genau wie du. 7, 2. Wir könnten eine Talkshow anfangen. Unseren eigenen Podcast aufnehmen. Lucy und Bart. Maya. Oh. Wie komme ich jetzt auf Lucy? Weil sie gewonnen hat vielleicht gerade. Maya und Bart oder Bart und Maya, da müssen wir noch überlegen. Ja. 8, 2. 8, 2. Ja, das Spiel geht ganz schnell, wie eigentlich angekündigt, ne? Aber der Punktestand ist nicht da, aber es steht 8, 2. Ja. Sie holt die Bälle doch hinter echt gut raus, ne? Muss ich ehrlich sagen, das haben die beiden Mädels vorher nicht so gut hingekriegt, wie Laura das gerade macht. Nur Kachi macht es immer wieder, immer wieder und irgendwann ist der Druck dann zu hoch. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich, sie spielt eigentlich gar nicht so schlecht, nur ging es in eine gute Gegend. Sie sieht es dann auch noch anders aus. Gameball. 10, 2, 8, Z-Bälle. Darüber macht sie sich gar keine Sorge. 11, 2, Game to Tetschowa. Tetschowa leads two games to love. Ja, also es ist schon 2-0 in Sätze für Tetschowa. Die beiden Mädels ruhen sich aus und das heißt, es ist Zeit für Mayas Frage. Ja. Erzähl. War mit deinem Anfang oder mit meinen? Nein, deins natürlich. Vorhand oder Rückhand bei mir lieber. Rückhand. Ist das wieder Patrick oder nicht? Nee, das ist Alex, Kotkulek. Ah, Kotkulek, ja. Aber das hat Kotkulek, du hast nicht zugeschaut in unserem Livestream, weil sie hat schon gesagt, sie möchte gerne Rückhand stoppen. Vielleicht will sie uns einfach nur Stoff liefern. Oh, meine Mama bringt uns Pommes. Oh mein Gott. Kannst du ruhig mitnehmen, aber wir können nicht reden und essen gleichzeitig. Also wir machen teilweise mal zwischendurch das Mikro aus und dann essen wir noch ein bisschen Pommes nehmen. Perfekt. Ja, ich habe eine gute Mama hier rumlaufen. Nächste Frage, hast du noch irgendwas? Wie oft ich in der Woche trainiere? Ja, schöne Frage. Zurzeit sechs Mal. Das heißt, was machst du denn? Ist das sechs Mal Squash oder siehst du? Nein, es ist fünf Mal Squash und einmal Fitness. Okay. Ja. Und was für Fitness machst du dann? Mit meinem Fitness-Trainer Rainer. Wir machen 200 Meter Läufe, 50 Meter Sprints, 100 Meter Sprints, manchmal 1000 Meter Läufe, Koordinationsleiter. Ganz viele unterschiedliche Sachen. Ah, cool. Und macht dir das Spaß oder ist es eher schmerzhaft? Klar, es ist schmerzhaft, aber es gehört dazu zum Sport. Das Spiel hat wieder angefangen. Meine Frage kann ich gleich nochmal stellen. Lass uns erst mal auf das Spiel konzentrieren. Das verdienen die beide Spielerinnen und ihre Zuschauer, weil es gibt bestimmte Familie und Freunde, die zugucken und die wollen natürlich viel mehr wissen über dieses Spiel als über unsere Frage wahrscheinlich. Aber wir müssen unsere eigenen Fans auch nicht vernachlässigen. Das war einheimlich, habe ich mal schnell die Pommes probiert. Maya, es ruhig weiter, ist kein Problem. Schmeckt ganz gut, muss ich sagen. Also Oli, falls du zuguckst, wir haben auch Pommes. 4-0, Kachi, geht los. Mach die erste Fieler des Spiels. Wird sie bestimmt nicht so traurig drum sein, weil es geht locker in der Führung und passt für sie. Wenn wir jetzt nichts sagen, denken die immer, dass wir Pommes essen. Nee, gerade nicht. 6-1. Ja, es ist letztendlich natürlich ein Profiturnier. Also Kachi muss das Ding auch durchspielen und letztendlich auch die Kräfte sparen, weil morgen auch natürlich härtere Spiele anstehen. Stärkere Gegnerinnen, professionelle Gegnerinnen aus anderen Ländern. Also von daher, ja, gibt es da auch keine Gnade, um es so mal zu sagen. Ja. 8-1. Schöner Stopp. 9-1. Ja, die Gewinnerin spielt gleich morgen Mittag dann gegen Lucy Merle, die sich gerade durchgesetzt hat gegen Lea Morizzi. Lea Iris Morizzi, muss ich sagen. Und da sind die Spielbälle schon? 9 Stück. Wenn ich mich nicht berechnet habe. Bei 10-1 hoffe ich, dass du die nicht berechnest, weil das wäre natürlich gut. Jetzt Kachi auch mal unter Druck. Ja, auch schön mal zu sehen. Ich muss auch sagen, alle Achtung für Laura, dass sie mitspielt, dass sie den Mut hat, hier mitzumachen, obwohl sie weiß, dass es schwierig wird für sie. Ja. Dass Kachi das jetzt gewinnt, das hatten wir alle gedacht. Aber cool, dass sie mitmacht. Ja. Freut mich. Ich hoffe, dass mehr Frauen dadurch motiviert werden, um Squash zu spielen und mitzuspielen. Ja. Hier sieht man 3x4 Minuten. 13 Minuten insgesamt. Ja. Ganz gut. Ich glaube, wir nützen diese kurze Pause, weil das nächste Spiel wird sofort wieder da sein. Man sieht da, Naomi ist schon auf dem Kord. Ja. Und da kommt Anna auch schon. Ja, wir machen eine ganz 2-Minute-Pause, damit die Pommes nicht komplett kalt werden. Und sind dann gleich wieder für euch da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Play will start in 15 seconds. TSQV Sportweg Series Asher Cup 2021, Women's Round 1 match, Naomi Nohar of Netherlands to serve, Anna-Carina Moreno Cup of Germany to receive the best of five games. Lowell. Ja, Yanki hat angekündigt, dass das Spiel losgehen kann. Ja, und jetzt haben wir eine blaue und eine rote Farbe, das ist natürlich viel entspannter fürs Auge. Die Fehler gehen los. Da war der Erste schon. Dann. TSQV. Ja, Naomi führt schon 2-0. Und man sieht auch, dass sie schon, ich muss das sagen, mehr Erwachsenen spielt, baut nach hinten auf. Was uns zum Beispiel bei das Spiel von Lea und Lucy ein bisschen gefehlt hat. Oh, aber das macht Anna-Carina ganz gut. Sagt ihr immer Anna oder was sagt ihr immer zu ihr? Wir sagen immer Anna. Nur Anna? Ja. Okay, dann, um es einfach zu machen, für uns sagen wir heute dann auch nur Anna im Livestream. Ich habe noch zwei Fragen gekriegt. Echt? Eine von Kim, aber die fragt, wer ist Majas Vorbild? Aber das hast du schon erwähnt, also schade, dass sie sich den Livestream nicht angeguckt hat. Aber sie war auch fleißig in der Küche, glaube ich. Und Paul Wingelsdorf hat noch gefragt, ob ich noch Bock habe zu kommentieren. Natürlich. Das werden mir Pommes gebracht, ich sitze hier mit Maja, wir haben hier eine gute Zeit, wir freuen uns riesig. Und ja, ich würde mich freuen, auch Paul Wingelsdorf mal wieder hier begrüßen zu dürfen im Kommentarbox. Also Paul, das war eine offizielle Einladung. 4-2, glaube ich. 4-2. Ja. Jetzt mal wieder ein bisschen auf dem Spiel konzentrieren. Es sind schon längere Beiwechsel und weniger Fehler. Handouts. 3-4. Ja, die Lea sieht schon wieder glücklicher aus. Die hat das Spiel schon ein bisschen weggesteckt. 5-3. Naomi führt immerhin, halt die Führung auch. Anna kommt ab und zu wieder ran, aber Naomi bleibt doch vorne. 6-3. Jetzt müssen doch auch viel mehr Holländer im Livestream sein, würde ich sagen. Ja, vielleicht sind die auch bei Sportdeutschland im Live. Ja, Sportdeutschland meinst du? Nee, ich glaube, wenn, dann über YouTube. Aber wenn sie gucken, dann können sie sich natürlich gerne melden bei uns. 8-3. Aber so bis jetzt sieht es noch eine ziemlich klare Sache aus. 8-3 schon. Ist nicht gut für Deutschland, umso besser für mein Land. Ja. Trotzdem bist du für Anna, oder? Natürlich nicht. So soll ich für Anna sein? Ich werde doch Holländer, du bist Deutscher. Du musst für Anna sein. Ja, bin ich. Ich bin für Naomi. Ja, fast so. Solange wir uns nicht prügeln hier in Kommentaren, dann passt das. 10-3, das ging doch ziemlich flott alles. Ja. Am Anfang sah es nach längeren Ballwechseln aus, hinten raus dann eher wieder kürzer. Ja, wie du gesagt hast, Naomi macht, wenn dann schlechter Ball kommt, macht sie genanlos den Ball nach vorne und macht auch echt wenig Fehler im Vergleich zu den anderen Spielen. Ja. Dann geht es schnell natürlich. Das hat der Vorteil, die Niederlande haben da eine Squash-Akademie und da kann man natürlich dann sehr gutes Squash auch trainieren. Ja. Ja. Mit vielen Jugendspielern. Ja. Ja, sie ist jetzt in Eindhoven, ne? Da ist auch Rohan Daming zum Beispiel. Ja. Joe Döbeldamm. So viele kenne ich jetzt auch nicht da, aber das weiß ich zufällig. Ja, kurze Satzpause. Wir sind gleich wieder für euch da. Ja. 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 Nein. Play will resume in 60 seconds. 2. Satz, ihr habt, wenn ihr gut gesehen habt, wie wir die ganze Schale Pommes leer gekriegt haben. Auch schon eine super Leistung, um das immer in 2 Minuten schnell rein zu hauen. Oh, bisschen glücklich von Anna, aber jeder Punkt nehmen wir. War gut geholt, ne? Stark. Oh, das war eins zu viel. Der Ball ist fies. Ich krieg immer mehr Frage, aber ich glaube, ich heb die noch mal ein bisschen auf für Nacht im Spiel. Ja. Ich versuche gerade noch die Katschi Tiko zu überreden, dass sie auch mal Kommentar macht hier mit mir, aber die hat noch ein bisschen Schiss. Sie sagt, sie kann das nicht. Ja, ich kann das auch nicht. Auch nicht. Deswegen, von daher. Ich muss sagen, Naomi macht das ganz gut, obwohl sie jetzt 3-1 zurückliegt, spielt sie trotzdem ihr Spielstur weiter. Und ja, gut aufbauen nach hinten, freie Bälle, Volley nach vorne. Also wirklich super. Ja. Ich hab ihr ehrlich gesagt noch nie spielen sehen. Also du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich. Da ist Katja. Die zieht sich, glaube ich, gerade eine lange Hose an. Aber sie hat noch ein bisschen Zeit. 2-3. 2-3. Down. Jetzt kommen die Fehler. Ja, das sind immer die gleichen Dinge, ne? Dann hat sie die 3-0-Führung gehabt und dann, ja, es ist schade, wenn man dadurch dann so einfach einen Punkt verliert. Weil, um hier die Naomi zu schlagen, muss sie doch wirklich ihr beste Squash geben. Lieb von ihr, dass sie den Ball noch geschlagen hat und keinen Ball angenommen hat. Aber hat da, glaube ich, sogar Anna noch ein bisschen frei getroffen. Also war es doch nicht so ganz cool. 5-3. 5-3. Eine Frage, die ich hier habe, ist, spielt dein Nachwuchs 2036 in der Damen- oder Herren-PSA? Bis jetzt ist die Antwort ziemlich klar. Das muss ein Herrenspieler sein, weil wir haben ein paar Mädels im Jugendtraining hier im Sportwerk. Aber die besten Spieler sind die Jungs zurzeit. Die sind gerade so zwölf, elf, zehn und zwölf. Das heißt, in 15 Jahren sind die 25 und 27. Das heißt, dann könnte die eigentlich ganz gut dabei sein. Das hoffen wir mal. 6-3. Und dann noch schnell eine Frage für Maja. Maja, was müsste man tun, um die Damen beim Squash in Deutschland voranzubringen? Wer hat das gefragt? Kennst du nicht? 7-3. Okay. Also ich würde sagen, vielleicht mehr gemeinsame Trainingslager. Okay. Oder eben auch so Squash-Akademien, die zum Beispiel in Holland, dass man so zusammen trainiert, weil das Spielen mit Gleichaltrigen oder, ja, ist halt einfach wichtig. Und ich glaube, das würde schon helfen. Ja. Aber es ist nicht so leicht wie eine Umsetzung. Ne, klar. Ja, und vor allem in deinem Alter natürlich, wo man noch zur Schule geht. Und so, da ist es natürlich schwierig, um dann, ja, wieder die Schule zu wechseln, umzuziehen und so weiter. Aber das wäre natürlich ein guter Punkt. Und dann kann die Frage noch, Bart, wann gibt es ein Hamburger Bundesliga, Damen und Herren? Wenn wir hier eine engagierte Frau finden, die da Lust drauf hat, um das zu treiben. oder voranzubringen, dann bin ich hundert Prozent sicher, dass wir das auf die Reihe kriegen und dafür Sponsoren kriegen. Nach einer 3-0-Führung, 11-3 verloren, kann passieren. Kann passieren, aber es ist hart. Ja. Da wird sie nicht ganz glücklich aus dem Court rausgehen, aber wir müssen auch ehrlich gestehen, Naomi ist halt die beste, also in diesem Spiel auf jeden Fall die bessere Spielerin und spielt das taktisch sehr gut eigentlich. Ja, wir haben keine Pommes mehr, das heißt, wir können einfach weiterquatschen. Ja. Hast du noch Fragen? Ja, ich hatte noch... Ich habe hier eine Frage. Gibt es bei deinen Pommes wenigstens Saté-Soße? Das ist eine Saté... Ah, das mit dem... Das ist... Ja, ist das holländisch? Keine Ahnung. Das ist so aus Erdnüsse, so braune Soße. Boah, die ist lecker bestimmt. Ja? Ja, ich persönlich mag... Ich mag lieber Mayonnaise bei den Pommes und da kann ich, ich glaube, im Namen von den meisten Holländer sprechen, dass wir das doch mehr mögen. Und dann kommt hier noch eine Frage, Bart, wie lange organisiert ihr schon in Hamburg solche große Turniere? Ja, wir haben vor ein paar Jahren schon ein 10.000 Dollar Turnier gehabt, nur für Männer. Das war, glaube ich, das Größte bis jetzt. Wir haben auch wirklich echt gute Spieler am Start gehabt, zum Beispiel der Youssef Ibrahim, der mittlerweile auch echt schon gut angekommen ist auf der PSA Tour. Ja, und natürlich die letzten fünf Jahre schon die Deutsche Meisterschaft. In den letzten paar Jahren auch die Deutsche Seniorenmeisterschaft und German Junior Open jetzt auch schon vier oder fünf Jahre in Folge. Also ja, und dann jetzt diese Corona-Zeit ist das natürlich das sechste PSA-Turnier in Folge. Also läuft bei uns, würde ich sagen. Ja. Aber wie du sagst, ich freue mich auch, wenn die Jugendtraining wieder losgehen kann und dass man hier auch vielleicht irgendwas in einer Art von Academy aufbauen kann. Ja. Aber zurück zum Spiel. Aber Naomi spielt von der Taktik her sehr gut. Ja, sehr erwachsen schon, finde ich. Also wenn wir das vergleichen zu den anderen Mädels, jüngeren Mädels, sage ich mal, macht sie das echt gut. Down. Paul hat auch wieder seine Position links vorne eingenommen. Zu low. Auf. Laanas. going. Thru Plant. Add her up. Du magst du엿哪un 쿠 planeta. Ta Hallo. DannÉ. Du magst duest. Dann hat die Walzberscheinchen. Taktik her. Даже hai Third Amendment. 4-0 schon wieder und der gewinner spielt gegen eine günstige ich glaube so wie es jetzt aussieht wenn wir so weiterspielt dann da muss ich auch echt aufpassen weil das wird ein echt ein hartes spiel dann aber ich glaube gut wir hoffen darauf natürlich aber auf jeden fall kann sich vorbereitet sein weil auf ein hartes spiel ja das war gut dass wir jetzt sozusagen die grenze ein bisschen geöffnet habe für dieses tun damit die die topmedien die 1 2 3 gesetzt auch noch ein bisschen mehr stärkere gegner gekriegt haben auch ihre erfahrung zusammen und gute spiele zu kriegen das ist eigentlich genau unsere absicht natürlich und nicht immer gegen die gleichen spielen zum beispiel ja ja 6 0 anna sieht nicht so ganz glücklich aus ich weiß nicht ob sie das im kopf noch gedreht kriegt hoffentlich mit ein zwei gute punkte könnte sie wieder spiel sein da ist der erste schon und 6 aufschlagfehler ja kannst du gleich bei ihr weil ihr schlaft alle im gleichen hotel kann sie gleich da kannst du das gleich alle organisieren 81 schnell spielstand und zeige stimmt natürlich nicht wieder da 81 haben wir gerade schön dabei nein ja sie ist einfach ich muss mir ehrlich gestehen einfach zu gut ich weiß jetzt nicht die korona wo angabe auch aus ich weiß nicht ob naomi auch bei dir im hotel schläft aber kannst ja auch kann sie auch gleich 10 10 händler ja ich weiß jetzt natürlich nicht wie beide mädels durch die corona zeit gekommen sind wie viel die im moment trainieren aber auf jeden fall sieht naomi sehr gut aus zieht das spiel ganz gut durch hier doch wieder ein punkt auf die reihe gekriegt ja das sind die erste match bälle für die holländerin und gnadenlos der erste ja und so gewinnst du das spiel 3-0 deine meinung zum spiel was sagst du dazu also ich war naomi hat halt taktisch sehr gut gespielt und von daher eigentlich verdient gewonnen ja da muss man sagen ja wir machen kurze pause gleich das letzte spiel des tages haben wir die österreichischen jacqueline peter gegen lisa seinstieger also kleinen moment und wir sind gleich wieder da ja 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 so wir sind wieder da für euch ich habe eine andere spielerin überzeugten mal ein spielchen mit zu kommentieren ja ja ihr fragt euch natürlich wie das ist das ist die nummer vier gesetzt vom turnier die katerina titsova hallo zusammen schön dass ich auch mal dabei sein kann ja ja ein bisschen nervös aber ist auch gut so ja eben ja mal schauen ich habe dich extra dazu geholt oh da sind wir sogar am bild ne ja ich habe dich extra dazu geholt weil du kennst die österreichischen schon ganz gut ja die kenne ich ganz gut erzähl mal warum ja ich habe letzte woche gegen sie gespielt österreichische bundesliga 3-0 klatsche bekommen das kriegt sie zurück nein wir schauen uns jetzt das spiel an ja wenn sie es zurückkriegt kriegt sie es erst im finale zurück dann ne weil sie auf der anderen seite ja dann gibt es halt es reicht doch das finale ist doch gut ja aber erstmal muss sie noch gegen erstmal muss sie die lisa schlagen dann muss sie die saskia schlagen für dich ist es kein problem du bist sowieso dein morgens finale äh übermorgen step by step ok du musst nur die holländerinnen schlagen und die holländer sind gut kann ich dir sagen sie sind gut ja ja schön Kachi dass du da bist ich äh vielleicht musst du sag doch in Dysonhofen den leute mal dass die Kachi am Start ist nein 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 dann wird der Zuschauerzahl bei unserem Livestream großartig steigern ja noch höher ich glaube dass gerade so 3-4-5.000 Leute zugucken ah schön also pass auf was du sagst ja ich halte mich zurück äh ja kennst du die lisa seinstecke auch so vom spiel her äh ich habe gegen die lisa ehrlich gesagt nur einmal gespielt und das war letztes Jahr bei der deutschen meisterschaft im viertelfinale die lisa darf man auf jeden fall nicht unterschätzen also da muss man von anfang an voll fokussiert sein mhm weil sie hat ein sehr gutes Händchen mhm also schauen wir mal wie die Jacky das macht wie die lisa das macht was schätzt du ich schätze dass die Jacky das 3-0 gewinnt 3-0 ja ich habe Jacky noch nie gespielt also ich bin mal gespannt gegen wem du da eine Klatsche bekommen hast ja aber das werden wir jetzt das werden wir jetzt sehen das werden wir jetzt sehen ja lisa macht natürlich auch viele Lops und so ja da bin ich mal gespannt auf diesen Glaskort wie ja wie gut das klappt oder ob die Jacky das gewohnt ist weil man dann genau in die Lichter schaut ja das hat sie heute auch gesagt dass es für sie als sie sich heute warm gespielt hat für sie schon eine Umstellung ist mhm wenn man halt in die Lichter schaut weil es schon sehr hell ist ja deswegen mal sehen aber letzte Woche haben wir auch gegen eine gespielt aus Österreich mhm und die ist so ein bisschen eine ähnliche Spielerin wie die lisa auch mit sehr viel Lob und schottet und so dann hat die Jacky schon gesagt oh ja vielleicht habe ich ja letzte Woche geübt dann hoffentlich mache ich es dieses Mal auch gut also warten wir mal ab dann warten wir mal ab ja wenn du irgendwie Kommentare kriegst also ich habe hier schon eine Nachricht bekommen von Julia Stöger you rock it girl yeah danke Julia danke Julia für dein nettes Kompliment es freut mich sehr ja du könntest doch auch beim Unterhacking vielleicht mal einen Kommentar machen nein besser nicht nein ah jetzt wo die abgestiegen sind das ist eine gute Chance ja nein die Armen ja schauen wir mal was sagst du so weil wir haben mit dir natürlich jemanden raus der auch so ein bisschen so ein bisschen auf die Klamotte schaut ne du sagst natürlich immer dass du die richtige Klamotten hast da muss aber natürlich immer passen hallo was sagst du zu den beiden Spielern hier ja was gefällt dir am besten also Lisa ist halt schlicht schwarz also das ist so bei schwarz kann man nichts falsch machen also schaut man immer gut aus die Jacky ist ein bisschen auffälliger aber ich glaube findest du auch gut oder ja find ich auch gut vor allem es passt gut farblich rot mit weiß nichts zu buntes und die Schuhe dazu auch gut ist okay ja bei Schuhen ist es immer schwierig die Schuhe müssen halt passen und das passt findest du ja so sieht man sieht hier bei uns hier im Kommentar kriegt man alle Tipps die man will Modetipps obwohl die Mädels sie gerade abschießen ja aber das stört nicht ja alles kriegt man bei uns Modetipps Pommes habt ihr gesehen ja wenn ihr Fragen für uns habt wir sind für euch bereit wir beantworten alles alles weiß ich nicht viel auf jeden Fall also ich würde alles beantworten kann ich schon sagen ja ich würde auch alles beantworten ich würde mich freuen wenn mal von deiner Familie jemand zuschauen würde und eine Frage stellen würde ja die verstehen ja nichts sind nur Tschechen die zuschauen aber dein Freund Enrico der könnte doch was ja aber ich glaube der schaut auch nicht mehr ne der hat mein Spiel angeschaut und das war's das muss er auch schauen ja eben sonst kriegt er zuhause Probleme ja jetzt wo du weg bist ne ja ja schön ja ich freue mich auf jeden Fall ich freue mich auch sehr auf das Spiel bin sehr gespannt aber du machst das schon ganz gut ne das Kommentar hier das erste Mal ich habe viel abgeschaut ich habe gelernt von mir vor allem ja von dir vor allem ja von dir vor allem deswegen habe ich mir gedacht ich gebe einfach alles ah guck wir sind sogar im Bild man kann uns buchen für die große Feiern sind wir gerne da ne voll also mit uns hat man auf jeden Fall richtig Spaß Spaß Ahnung haben wir nicht aber das ist auch egal ja doch ein bisschen Ahnung haben wir schon du musst das nicht so schlecht machen wir müssen die gut verkaufen hier im Netz eben eben und die Karchi sucht noch Sponsoren übrigens ne ja sehr also falls mich jemand mag auch wenn sie die nicht mögen du machst gerade Profi ja arbeitest noch bei Armweg schon im Livestream gesagt bei Sports4U machst du noch Arbeit ne ja aber ein Shirt Sponsor kann sich jederzeit melden bei dir ja auf jeden Fall da würdest du dich freuen weil ja du willst natürlich wenn es wieder möglich ist über die Welt reisen und dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Geld dafür ja so jetzt kommt meine Mutter hier auch noch im Kommentar reingelaufen die Party ist jetzt komplett Handout 1-2 so jetzt bin ich mal gespannt kommt auch die Lobangabe gleich ja so wie wir sie gewohnt sind von Lisa ja sehr guter Stopp was würdest du sagen sind die Stärke von von die Österreicher von der Jackie sie ist unglaublich schnell schnell sie ist wirklich sehr schnell also sie erwischt wirklich sehr viele Bälle sie ist auch sie geht auch viel in Volley rein ja kann man nicht erwischen da war sie nicht da da war sie nicht da zu früh gelobt ja Jackie ist hier gekommen mit ihr wie heißt das mit ihr Wohnwagen Wohnwagen steht hier neben der Anlage ihr Freund darf die Anlage nicht betreten und guckt hoffentlich jetzt den Livestream also wir müssen den Georg er heisst Georg wir müssen ihn grüssen ja Georg wir grüssen dich grüß dich grüß dich Georg wie ganz wir rollen den R oh 10 Liegestütze Handout aber das Spaß beiseite das macht Lisa öfter aber das ist glaube ich auch nicht schlimm sie macht halt so eine sehr hohe Lobangabe die manchmal auch ein bisschen Risiko bringt aber damit gewinnt sie auch teilweise Punkte ja aber man sieht hier schon dass die die Jackie schnell zum Ball ist früh da ist und ja sofort ein Konter gibt genau das meine ich ist ja der Ball auf den Schläger dann macht sie sofort einen Volleystopp ja 5-2 5-3 Correction 5-3 du hörst der Schiedsrichter das ist wir haben ihm schon ein Nickname gegeben das ist der Robotiker Robotiker ah ja weil er sich so anhören das ist Simon Nordstadt der auch wieder hier zum dritten oder vierten Mal in Folge ehrenamtlich hier am Start ist beim Turnier also da sind wir natürlich sehr dankbar dafür weil sonst müsste Katschi selber schießen ja bitte nicht das wollen wir alle nicht wahrscheinlich nein ich kommentiere lieber machst du ganz gut bis jetzt haben sich noch keine Sponsoren für dich gemeldet bei mir ja wir warten ab das der Turnier das das Turnier glaube ich das Turnier ist noch jung oh glücklicher Ball aber wir nehmen alles 6-3 ja sehr souverän man sieht das hier mit dem Druck sieht man also hat man von oben schön gesehen die weite Lisa nahe hinter gedruckt wurde und dann ist nach vorne ist es einfach Gewinnerin von dieses Spiel gegen die Saskia morgen ja genau Saskia an zwei gesetzt deutsche Meisterin und Jan Freilos gehabt heute und ja sie wird bestimmt dieses Spiel auch angucken vom Bettchen im Hotel äh Airbnb habt ihr ja ja mein Airbnb genau also von ihr eurer Villa da aus wird sie dann zugucken und äh wir grüßen sie natürlich auch von hier aus ja wir grüßen dich sehr 9-3 ja wir grüßen dich ich hoffe du bestellst schon unser Sushi vielleicht willst du noch weitergeben was du genau haben willst nein 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 kannst du hier entscheiden ja Hauptsache viel Hauptsache viel ja wir sind glaube ich ungefähr die letzte in der Anlage jetzt jetzt gerade gehen Lea und äh wir laufen dann nehmen Lucy auch raus es wird langsam sehr einsam hier hier ist Lea bisschen Verkehrsprobleme durch die Mitte Lisa nicht ganz glücklich mit die Lea Entscheidung 4-9 right side ich hätte auch nur Lea gegeben von oben sah es zwar vielleicht wieder ganz anders aus aber ne Lea hat uns erreicht kleiner Fehler aber sie kann es nicht leisten weil bei 9-4 Führung ist genug noch Raum ne also absolut oh lucky shot auch das noch Handout 10-5 Gameball ja macht sie souverän ja das macht sie souverän wenn sie die Möglichkeit hat dann spielt sie den Ball nach vorne klare Sache klare Sache L5 kann man nichts zu sagen auch nichts zu sagen wir warten auf den zweiten Satz wir warten auf den zweiten Satz aber wir quatschen natürlich ruhig weiter Kachi weil dafür sitzen wir hier ja echt ja klar ja ich wollte mal fragen wie war dein Spiel für dich vorher ja gut ja ich meine es war natürlich kein ich sag mal einfaches Spiel weil du wirst natürlich dass du wahrscheinlich klar gewinnen würdest ja dass du dadurch auch viel nach hinter gespielt hast wahrscheinlich mehr als sonst ja ja man muss ja auch erstmal so ein bisschen in das Spiel reinkommen und das war eine ganz gute Gelegenheit in das Spiel rein zu kommen und deswegen und die Frage war die ich saß hier mit Maja und wir haben dann bei 10-0 gesagt wird sie das jetzt eiskalt durchziehen oder wird sie den Gegnerin die Gegnerin noch einen Punkt schenke schenke ja und das hast du ziemlich geschickt gemacht von also du hast nicht wirklich geschenkt das hat man doch gesehen oder nicht aber hattest du hier sonst hattest du eiskalt 0 gemacht oder hättest du doch schon versucht zum bisschen ich hätte schon ja ne da bist du zu lieb dafür ich bin einfach zu nett das war gut ich meine ja ich habe auch schon ne wir haben erzählt auch über Laura dass wir froh sind dass sie mitspielen ja absolut deswegen bei andere Turniere hätte wir sonst kein Darmfeld starten können ja und von daher sehr sehr dankbar und ganz ehrlich sie macht wenigstens mit deine Mama könnte auch mitspielen vielleicht die fette Fitness Dante da bei euch in Deisenhofen also von daher ist Laura doch ein Vorbild für einige Frauen ja so das Spiel hat schon wieder angefangen haben sich nicht wirklich die zwei Minute gelassen da war der Lob holt sie doch noch gut zurück auch auch Handout ja das ist Lisa ne das ist genau Lisa hopp nach hinten stopp nach vorne ja ekliges Spiel ja ja das stimmt eigentlich ist das das Spiel was Männer auch gerne spielen wenn sie älter werden und nicht mehr laufen können dann und der Bierbauch ein bisschen dicker wird dann ooooh das ist halt das ist Lisas Händchen ja ja voll Lisa spielt auch viel Raquetlon ne also viel Tischtennis, viel Badminton und dann ja durch die ganze Schlägerarte hat sie natürlich ein Händchen für solche Sachen super Angabe ja war trotzdem auch gut wieder geplant davon ist doch komisch in der Leeranlage oder nicht? ja ist schon komisch vor allem jetzt schön dabei zwei beide gegen wen spielst du Maura? ah klar Lucy ja erst Lucy hat gedacht dass du gegen Milou spielen würdest ist die eins gesetzt aber okay gegen Lucy hast du schon wann hast du das letzte Mal gegen Lucy gespielt? ja nein also das letzte Mal war es im Training im Turnier war es ist sie bei dir im Club oder wie? ne wir trainieren nur ab und zu mal jetzt nicht wöchentlich oder so aber wir haben den gleichen Trainer den Christian Reike genau deswegen machen wir ab und zu mal immer so ein wochenendstraining mit dem Flo Stöger der auch gespielt hat mit der Lucy, dem Christian und mir das sind eigentlich eine ganz coole Truppe sehr guter Ball von der Jaki ja man sieht das Lisa muss wirklich perfekte Stopp spielen gute Lopp spielen weil sonst ist Jaki einfach echt stark also muss man sagen die Jaki macht das echt gut weil sie baut erst Druck richtig nach hinten auf da muss die Lisa erstmal dagegen arbeiten und dann wenn sie wenn der Ball nicht so gut von der Lisa kommt dann spielt die Jaki sofort einen Stopp und da muss die Lisa erstmal ein bisschen laufen genau wir haben auch jetzt aus Spanien ein paar Nachfragen wie wir diese geile Livestream herstellen ich habe ihn natürlich weitergeleitet an Michael Gede und Michael Welte die natürlich einen Top-Job machen hier absolut wir werden vor allem wir werden einfach immer besser immer besser von Turnier zu Turnier du als Spielerin wir als Organisator Livestream ist einfach wo gibt es einen besseren Livestream die Leute von El Juna die schalten alle rüber zu unserer Livestream weil das ist einfach hier top 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 tief ja sehr ehrlich ja sehr fair ich glaube da gab es ein Problem das angeblich erst das ist die Frontwand und dann die Box ja genau aber die Lisa sagt der war tief ja wenn er ganz kurz gegen die Frontwand kommt kann er in die Box reinfallen wenn er richtig kurz ist aber diese war tief und dadurch ist er reingefallen der ist nicht reingefallen nein gut sauber ja wäre ja noch jung was willst du damit sagen ich bin schon etwas älter du siehst es halt nicht mehr Alter ich dieses Jahr feiere ich meinen 40. Geburtstag boah 9-3 hört man mich jetzt besser ich habe dich schon wunderbar gehört aber angeblich sagen unsere Tech-Boys dass es besser ging also ähm ich grüße die Marion das ist die Frau von meinem Coach auch vom anderen Coach von Patrick ah von der Patrick genau und die hat mir geschrieben machst du echt gut das macht das Zuschauen echt Spaß danke Marion und Patrick ich gebe euch tausend Bussis 10-3 und zwar wieder eine klare bis jetzt klare Sache ne klare Sache gut ich meine natürlich wir müssen ehrlich sagen boah super Ball die Jockey ist Profi absolut ja und sie ist auch wirklich von Anfang an fokussiert reingekommen hat sich fokussiert warm gemacht jetzt nicht irgendwas auf die leichte Schulter genommen sondern ja ja ich meine auch sie spielt professionell Squash ja das auch absolut und die Lisa macht es natürlich ja nebenbei ja ich glaube immer noch Lehrerin und dann ja das macht natürlich auch einen großen Unterschied ja hat sie sich gefreut ja sie hat gesagt oh mein Gott ja jeder wird berühmt hier bei uns im Livestream ja so ja es ist klar dass jedes Sponsor da interessiert an sein daran interessiert sein sollte hier mal Werbung zu schalten weil wenn so viele Leute zugucken und wir so interaktiv arbeiten dann ist das wirklich eine ja eine sagen wir das ich weiß nicht was zu sagen interessante Sache ja absolut für deine Marke für deinen Laden für dein was auch immer ja ja ich habe Sports4U schon dreimal erwähnt ja Sports4U wollen wir es zum vierten Mal Sports4U dort spiele ich in München ja die können mir auch jetzt mal ein paar Euro überweisen für diese Werbung in München in München in Hamburg nicht ja in München deswegen sage ich ja also falls ihr in München seid in Sports4U kommen hier sieht man schon zwischendurch Spaß beiseite die Spiele man sieht da ab 3-2 für Lisa als Einsteiger hat die Jackie Gas gegeben und ja alle Punkte in Folge ja hat sie dann keine Chance mehr gegeben ja so mal schauen ob sie genauso konstant weitermacht ja oder das vielleicht dass die Lisa noch die ein oder andere taktische Änderung durchführt oder noch Idee hat um da noch was auf die Reihe zu bringen aber bis jetzt sieht es nicht so gut für Lisa aus die Stimme von Simon ist schon gut ne ja super Ball wieder von Jackie angezeigt dass sie in Longline spielten und hat sie in Crossstop gespielt Bisschen glücklich da ja fand ich auch aber Jackie lässt sich nicht ablenken ne macht ruhig weiter war jetzt natürlich auch nicht der beste Ball von der Jackie ja macht sie gut ja bisschen abwechslungs ins Spiel bringen ja viel Stopp immer gespielt da war wahrscheinlich schon die Lisa Vorbereitung jetzt mit dem Boss hat sie es nicht erwartet und war nicht mehr da ja aber das meine ich man die Jackie war trotzdem irgendwie da also sie ist halt so schnell also darf man nicht abhaken ja schade dass es da bei euch kein Livestream gab weil ich hätte gerne mal das Spiel zwischen dir und die Jackie gesehen ja das stimmt aber die Österreicher sind halt nicht soweit wie wir nein mach nur einen kleinen Spaß da werden bestimmt auch Österreicher zugucken jetzt also pass auf was du hörst ja ja deswegen ich mach nur einen Spaß wir lieben Österreich wir lieben Österreich absolut ich bin da immer das Snowboard gefahren Österreich was? Snowboard? Snowboard? wer ist das Snowboard? ich bin kein Deutscher was wollt ihr von mir? ich jetzt schon ich jetzt schon ja haben wir auch schon erwähnt im Livestream dass du die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hast wie du das hingekriegt hast wie du das hingekriegt hast wissen wir immer noch nicht ich musste keinen Deutschtest machen nee nein 3-2 für Jackie ja es hat wie im letzten Satz knapp angefangen also von den Punkten her knapp angefangen und ja das ist der Moment wo Lisa sich richtig reinbeißen muss weil ja sonst wird das wieder eine schnelle Nummer gleich und das ist nicht gut für das Spiel und nicht gut für sie ja die Jackie hat mir auch gesagt dass sie sich sehr freut dass sie hier das Turnier mitspielen kann mhm weil sie hat jetzt natürlich auch nichts irgendwie spielen können die ganzen Turniere wo wir jetzt halt waren mit Jessica und Aileen die waren ja immer in Frankreich ja oder hier und es war ja nur Domestik und da war sie echt froh dass sie das jetzt mitspielen konnte sie hat sich auch voll gefreut und wir sind natürlich auch froh dass wir so eine gute Spielerin mit im Damenfeld haben ja klar ja wir haben es länger überlegt es war natürlich wegen der Corona Krise ein bisschen schwierig um dann andere Länder mit zu involvieren jetzt haben wir es dann bei den Damen durchgezogen bei den Herren haben wir es bewusst nicht durchgezogen weil ja wir wollten die deutsche Jugend die Chance geben Spiele zu machen und wenn wir da auch die Grenze geöffnet hätte sozusagen dann wären glaube ich 10, 15 Deutsche nicht mehr im Feld reingekommen und das wäre natürlich schade gewesen aber es ist vielleicht interessant für die Zukunft wenn man sagt wir wollen nochmal ein Turnier organisieren wo auch mehr Topspieler noch dazukommen wo dann ein paar Jugendliche rausfallen das kann man auch überlegen das war wieder ein sehr guter Ball es war wieder Halbhöhe für Jackie genau ihr Ball und dann hat es ihn super Wolli Stopp gespielt und dann konnte Lisa nicht mehr erreichen ja und ich muss Lisa muss auch nicht sauer sein aber es war ein guter Stopp da ja absolut ja ja Jackie fühlt sich wohl auf diesem Court bis jetzt ja 8-4 Lisa ist sauer 8-4 das Spielstand stimmt nicht ganz mehr 8-4 vorne schon drei Punkte entfernt von das ist genau das das ist so gefährlich gegen die Jackie nein ja man sieht nicht ob sie gerade Stopp spielt oder Cross und dann im letzten Moment und vor allem sie ist einfach immer da und ja super Ball ja oh Lucky Hand out 10-5 5-9 5-9 5-9 bester Satz für Lisa bis jetzt von Punkte her auch schwieriger Ball oh schnell geholt hast du uh ah ja Hand out 10-5 Matchball Matchball so so letzter Spiel des Tages für heute fast durch mal schauen ob die Jackie das gleich wieder eiskalt zu Ende bringt oder ob sie noch ein bisschen aha da war der Fehler so 3-0 3-0 3-0 ein bisschen zu erwarten glaube ich ne also hatten wir schon gedacht ja Lisa hat ihr Spiel durchgezogen aber die Jackie hat ein gutes Antwort darauf gehabt und somit holt sie sich den Sieg 3-0 ein ich hoffe dass wir noch die Spiele für morgen noch kurz im Bild kriegen da ist es schon unglaublich da ist hier diese Technik ein großes Lob also wir haben morgen früh um 10 gleich Janik Omlaur 1 gesetzt gegen Tobias Weggen 5 gesetzt dann Willy Wingelsdorf gegen Valentin Rapp dann der Ägypter Tarek Shehata gegen Carsten Schor dann um vierte nach zwölf unser Hamburger Mann sagen wir das Hamburger Junge Julius Bentin gegen der Niederländer Roshan Baros und dann die Vier-Damen-Viertelfinals wo wir dann am zweites Spiel die Katsi auch begrüßen dürfen ja also alle morgen gerne wieder einschalten unbedingt ab 10 sind wir wieder da ab 10 ja du nicht wahrscheinlich ja aber ich ja ich ja danke fürs Zuschauen und danke Katsi dass du dabei warst vielen Dank dass ich dabei sein durfte sollte ne dann müsste es auch nicht dabei sein ja ja vielleicht komme ich ja nochmal ich hoffe ich würde mich freuen ja ist es so okay also tschüss 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 Vielen Dank.